Ich möchte euch von der nihilistischsten Fernseherfahrung erzählen, die ich jemals hatte. An einem trägen Sonntagnachmittag vor vielen Jahren gerät ich mal in die Verlegenheit, auf meinem 20-Zoll-Fernseher die geschnittene Nachmittagsvariante von Hangover im Free-TV zu schauen. Wenn ihr sie verpasst habt, gar kein Problem, ich erzähle sie euch ganz schnell nach. Also vier Männer fahren nach Las Vegas und fahren dann wieder zurück. Und so surreal unterhaltsam ein Hangover ohne Gewalt, Sex und Substanzmissbrauch auch sein kann, diese geschnittene Fernsehfassung hat dem Film nun mal alles geraubt, das ihn überhaupt erst ausgemacht hat. So ähnlich fühlt es sich irgendwie auch an, wenn Dragon's Dogma 2 sich eigentlich durch knallharten Realismus und bewusste Restriktionen auszeichnen möchte und dann eine Reihe von als DLC getarnten Mikrotransaktionen herausbringt, die all das umgehen sollen. Wir wollen heute mal erforschen, wo das Problem bei diesem Geschäftsmodell wirklich liegt. Natürlich am aktuellen Beispiel von Capcom und Dragon's Dogma, aber auch mit einem Blick auf den immer mehr ausartenden Servicetrend selbst bei Singleplayer-Spielen. Und dabei wollen wir die Frage beantworten, sind große Spiele denn jetzt für immer dazu verdammt, zur Abzocke zu werden. Dafür begrüße ich zum einen Mal unseren allerliebsten Gast, wenn es darum geht, Zahlen, Fakten und Industriehintergründe spannend und abenteuerlich zu erzählen, den Unternehmensberater und Podcaster Homan D'Agafi. Herzlich willkommen. Guten Tag, hi. Schön, dass du hier bist. Und ich begrüße natürlich noch den Mann, der dieses Thema hier, nichts ahnend, vor ein paar Wochen tatsächlich vor der ganzen Dragon's Dogma-Kontroverse vorgeschlagen hat und somit entweder über prophetische oder manifestierende Fähigkeiten verfügt. Das werden wir heute rausfinden. Herzlich willkommen, Demi. Hallo, Geraldine. Schön, dass wir trotz dieses bisschen deprimierenden und nervenaufreibenden Themas in dieser sehr, sehr schönen Runde zusammengekommen sind. Ich bin sehr gespannt darauf, wo wir am Ende ankommen. Und weil das Thema, wie schon angekündigt, nervenaufreibend und teilweise deprimierend ist, möchte ich kurz am Anfang die Stimmung geben mit einer Anekdote, nämlich mit dem Dialog, den ihr beide im Chat hattet, als wir über dieses Thema gesprochen haben. Und zwar hast du, Demi, folgendes erzählt. Ich habe in den Raum geworfen, dass es in Call of Duty jetzt einen neuen Taubenskin gibt für 20 Euro, mit dem du als Operator rumlaufen kannst und aussiehst wie eine Taube. Ja, und in dem Moment habe ich mich gefragt, wie teuer sind eigentlich Tauben? So echte Tauben. Weil für 20 Euro habe ich mir gedacht, kann man eine echte Taube bekommen? Und es stellt sich heraus, ich muss noch mal nachschauen, man bekommt Brieftauben wohl schon ab 25 Euro, so ein bisschen. Für 20 Euro gibt es auch noch welche und die Premium-Tauben sind 40 Euro. Ja, und du hast natürlich gewissenhaft, wie du bist, uns eine Quelle mitgeschickt und meintest so, das liegt ungefähr bei dem Preis von realen physischen Tauben. Und da wusste ich, das wird heute fantastisch. Aber es ist doch mal schön, dass Activision da ausnahmsweise mal sich auch an realen Werten orientiert, wo ja der Mikrotransaktionsmarkt normalerweise einer ist, wo man einfach Werte erschaffen kann. So scheint es zumindest manchmal. Genau, ja, absolut positiv. Da ergibt das dann auch einfach ein bisschen Sinn. Da kann man sich dann mittlerweile an realen Preisen natürlich auch von magischen Portalen orientieren. Das freut mich sehr. Es gibt ja mittlerweile auch Quietscheentchen-Operator und Wölfe und Hunde und Osterhasen und so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich auch alle an realen Preisen orientieren. Ich weiß nicht, wie viel kostet ein Hase? Wahrscheinlich auch so ein Kaninchen, wahrscheinlich auch 25 Euro oder so. Ja, ne? Ah, so, ich weiß nicht. Also das ist eigentlich, wir haben das gar nicht durchschaut, was das eigentlich für ein Masterplan ist, dieser Tierhandel mit In-Game-Skins. Vielleicht sind wir da sogar, also es kann sogar sein, dass Hasen mehr kosten. Vielleicht sind wir da sogar sehr erschwinglich mit einem digitalen Hasenskin. Also da können wir uns noch freuen. Aber ja, Dragon's Dogma-Kontroverse, Dimi, du hast die Entwicklungen ja gerade täglich in der Redaktion miterlebt. Fass die doch gerne nochmal mit uns zusammen, wie sich diese Kontroverse entwickelt hat. Es war eine Kontroverse, die uns ziemlich kalt erwischt hat. Heiko, unser Chefredakteur, hat da auch eine Kolumne zugeschrieben, weil es für uns auch ein bisschen, wir wurden da durchaus auch mitkritisiert und ich verstehe auch den Hintergrund, weil Dragon's Dogma 2 kam auf den Markt, brandneues Rollenspiel von Capcom. Alle Zeichen deuteten darauf hin, dass dieses Spiel fantastisch wird und es ist auch ein fantastisches Spiel geworden. Wie das oft so ist, wenn du einen Test schreibst, unser Tester hat dann einen Review-Guide bekommen, das ist halt so ein PDF, das man sich so ein bisschen durchscrollen kann. Macht man manchmal nicht so gewissenhaft, also ich mache das manchmal gar nicht so gewissenhaft, weil ich will dann, ich brauche jetzt keinen Review-Guide, ich brauche ja keinen Review-Guide für Assassin's Creed, ja, ich bin ja Profi. In dem Fall versteckte sich aber in diesem Review-Guide durchaus was Interessantes, nämlich dieser Hinweis auf die Mikrotransaktionen, die in der Review-Version noch nicht drin sind oder drin waren und diese Mikrotransaktionen sind vor allem Timebooster oder Abkürzungen, das heißt, du kaufst dir bestimmte Items, kannst dir bestimmte Items kaufen für kleines Geld, so zwei, drei Euro, die dir dann zum Beispiel erlauben, deinen Charakter nochmal anzupassen, nachdem du ihn erstellt hast, die dir zum Beispiel erlauben, bestimmte Dinge schneller zu erreichen im Spiel. Also das ist eigentlich ja gar keine neue Erfindung, das gibt es in Assassin's Creed seit Black Flag, also schon seit über zehn Jahren, das gab es auch interessanterweise in Resident Evil 4, dem Remake, also das letzte Capcom-Spiel, das sehr, sehr positiv abgeschnitten hat und deswegen haben wir uns halt beim Test gedacht, ja gut, das wird jetzt kein großes Thema sein, wir geben dem Spiel eine Top-Wertung und dann ist das Review-Embargo gefallen. Die internationalen Wertungen waren auch sehr gut und dann kam das Spiel aber raus. Und über Nacht sind die Steam-Bewertungen, also die der User, der Spielerinnen und Spieler, völlig in den Keller gekracht. Das Spiel war, ich weiß gar nicht bei was, es war irgendwas 40 Prozent positiv, also für Steam-Verhältnisse sehr negativ und die Leute haben sich ja total aufgeregt, weil sie gesagt haben, was verkauft ihr mir in einem Singleplayer-Spiel so viel Kram für echtes Geld. Jetzt kann man sagen, warum ausgerechnet bei Dragons Dogma, wenn es das doch bei Resident Evil genauso gab, war ja auch ein Singleplayer-Spiel, da gibt es im Prinzip zwei Faktoren, der eine ist, dass sich Dragons Dogma an so manchen Stellen, also gerade am Anfang, du hast ja nur einen Spielstand und du musst manuell in die Save-Daten rein, um den überhaupt zu löschen und da hat es natürlich ein bisschen ein Geschmäckle, wobei ich da glaube, dass es Zufall ist, wenn du dann im Prinzip nach der Charaktererstellung gar nicht neu anfangen kannst, sondern dir Geld für Geld dann deinen Charakter anpassen muss für echtes Geld, dass die Leute, dass den Leuten das gerade am Anfang irgendwie übel aufgestoßen hat, weil wir wissen das alle, wir sind mit dem Charakter-Editor fertig, gehen das erste Mal aus dem Dungeon raus und unser eigener Charakter sieht ganz anders aus, als wir uns das vorgestellt haben und wir wollen nochmal was anpassen und dann bitten uns die Entwickler zur Kasse, das kommt natürlich nicht gut an. Und das zweite Größere, die größere Debatte, die ich auch sehr interessant finde, also auch unabhängig von Dragons Dogma, ist die, dass dieses Spiel ja ähnlich wie ein Elden Ring oder wie ein Dark Souls sehr tough ist. Also es ist ein Spiel, glaube ich auch wie Gothic, das dich nicht an vielen Stellen nicht bei der Hand nimmt, dass dich auch mal leiden lässt, ja, oder wenn du irgendwie ins falsche Gebiet reist, weil es auch kein freies Speichern gibt, kannst du halt richtig die A-Karte ziehen. Du musst die Lektion selbst lernen, was alles Dinge sind, die das Spiel eigentlich gut machen, aber wo man natürlich die Frage aufwerfen kann oder wo viele wütende Fans die Frage aufwerfen, haben die Entwickler dieses Spiel bewusst so schwer gemacht, damit du dir diese Booster kaufst. Also wirken sich diese kaufbaren Mikrotransaktionen, diese Booster auf, auf das Game Design, weil falls ja, wäre das ein Problem. Wir sind der Meinung, dass nicht. Wir sind der Meinung, dass dieses Spiel so oder so in der Designart, wie es ist, unabhängig von den Mikrotransaktionen, toll ist und sich auch nicht künstlich gestreckt anfühlt. Aber ich verstehe natürlich, warum sich ausrechnet an sowas dann eine Debatte entbrennen kann, die so theoretisch auch schon bei einem Resident Evil 4 hätte passieren können. Und ja, das hat natürlich dann wieder eine etwas größere Diskussion angestoßen über Mikrotransaktionen, Singleplayer-Spielen und generell, ob die Entwickler es einfach mit, sag ich mal, der Gier zu weit treiben, wenn man jetzt mal plakativ bleibt. Ja, da sprichst du schon sehr viele wichtige Punkte an, auf jeden Fall, auf die wir gleich im Detail eingehen können. Für den Kontext, was bei Resident Evil auch noch interessant ist, ist, dass sie, ich glaube schon mehrfach, aber vor allem jetzt beim Vierer-Remake, den Echtgeldshop dann erst ein paar Wochen nach Release eingebaut haben, was natürlich auch den, ich sag mal, die erste Ablehnungswelle, die jetzt passiert ist und auch das Review-Dumping einfach verhindert. Ob das jetzt der Grund gewesen ist oder nicht, aber das hat natürlich dann nochmal einen anderen Kontext als bei Dragon's Dogma. Ist auch übliche Praktik. Also bei Street Fighter 6, auch ein Capcom-Spiel, da haben wir per Mail erfahren, dass das Ding einen Echtgeldshop haben wird während des Tests, also da war das auch noch nicht drin und Multiplayer-Shooter wie Call of Duty oder Battlefield setzen ihre erste Season ja immer erst ein paar Wochen nach Release an. Da ist der Echtgeldshop zwar schon zum Launch drin, da gibt es aber immer nur so ein Pack oder so zu kaufen und die richtige Monetarisierung geht eigentlich erst lange los, nachdem der Test schon rum ist und nachdem die Leute sich schon abgearbeitet haben an dem Spiel. Also das ist nicht schön, aber es ist tatsächlich Praktik. Ich hab nämlich auch nochmal gerade geschaut, also Monster Hunter ist doch auch von Capcom, ne? Ich würde sagen, bei Monster Hunter World sind, glaube ich, 531 Euro DLCs in Summe. Krass, ne? Ja, also das sieht ja bei Capcom eigentlich so nach deren Standardpraxis aus, wobei ich weiß jetzt nicht da, was sie für DLCs haben, ob sie jetzt sozusagen für die Charakteränderung oder für Schnellreisen auch nochmal was haben wollen oder was da überhaupt alles drin ist, aber anscheinend ist das so ein Teil des Produktionsprozesses, wie Capcom an Spiele rangeht, könnte man ja annehmen. Ja, und deswegen ist es tatsächlich sehr überraschend oder zumindest interessant mal zu analysieren, woher das kommt, dass es jetzt ausgerechnet Bad Dragons Dogma sehr viel härter aufgefasst wurde, als bei anderen vor allem Capcom-Spielen. Und da gibt es mehrere Gründe, die du eigentlich auch schon richtig zusammengefasst hast, Demi. Vor allem das mit dem Charakterslot ist halt so ein bisschen ein Problem gewesen, weil eigentlich ist das im ersten Teil auch schon üblich gewesen, das wissen mittlerweile auch alle, auch von den Leuten, die jetzt vielleicht erst eingestiegen sind. Das ist üblich gewesen im ersten Teil, dass man nur einen Charakterslot hat. Das war eine Designentscheidung, die man mögen kann oder nicht mögen kann, aber das war einfach eine Designentscheidung, die zu Dragons Dogma gehört hat. Und prinzipiell habe ich damit auch kein Problem, wenn man sagt, das ist irgendwie integral für die Spielerfahrung, dass man eben Entscheidungen einmal treffen kann und dann damit leben muss und nicht irgendwie so leicht nochmal von vorne anfangen kann. Alles gut. Der Beigeschmack kam halt vor allem daher, glaube ich, dass sie auch diesen megacoolen Charakter-Editor am Anfang ja schon so krass promotet haben, vor Release. Und alle gesagt haben, mein Gott, da gibt es so tolle visuelle Anpassungen und wir können uns so viele coole Charaktere bauen. Und da ist natürlich viel Unglückliches zusammengekommen, einfach in dem, wie es verkauft wurde. Ja, absolut nicht. Ich glaube, wenn man sich anguckt, ich habe das ja nur so am Rand mitbekommen, weil ich jetzt nicht sozusagen in dem Spiel strecke. Wobei, das hatte mich schon interessiert, weil ich Teil 1 auch ein bisschen gespielt hatte. Und ich glaube, es gab vorher schon einen Hype. Also ich hatte plötzlich gemerkt, in den relevanten Bubbles wird darüber jetzt gerade viel diskutiert. Und ich glaube, dann war diese Überraschung darüber, und ich hatte nur auf Twitter gesehen, dass Leute angefangen haben, diesen Screenshot aus dem Echtgeld-Shop zu posten. Das hat sich dann extrem aufgeschaukelt. Dann hatte ich auch auf Steam geguckt. Da war es auch, glaube ich, überwiegend oder sehr negativ bewertet. Ja, und dann, glaube ich, ich hatte auch schon mal im Kopf gesagt, ach, wieder so ein Ding. Welche neue Logik haben sie jetzt wieder erfunden, um die Leute abzuziehen? Und das mit einem Safe-Game. Also ich hatte zwischendurch gehört, das wäre so was gewesen wie, wenn ich mir einen zweiten Spielstand machen will, muss ich dafür erst mal Geld bezahlen. Aber das hat sich ja, glaube ich, dann wieder so ein bisschen geklärt im Nachgang, dass es ja gar nicht für sowas ist. Ja, aber da gab es natürlich durchaus so einen Dramatisierungseffekt. Was auch hinzukommt, ist, dass ja das erste Dragon's Dogma, Geraldine hat es angesprochen, zum Beispiel Heiko, der ist auch ein großer Dragon's Dogma-Fan bei uns in der Redaktion, den haben halt sehr viele Eigenheiten dieses Spiels nicht überrascht. Aber Dragon's Dogma 1, das ist zwar über die Jahre zu einem Geheimtipp geworden, aber da auch nie drüber hinausgewachsen. Und Dragon's Dogma 2, und das ist ja so eine der obskuren Besonderheiten von 2024, die ich aber gut finde, ist ja auch wieder eins von diesen eher aus der Nische kommenden Spielen, die halt völlig steil gehen, ja, mit diesem Charaktereditor, der ja kostenlos war, was du gemeintest, Geraldine, wie viele Leute das auf ihrer Wishlist alleine hatten, nach einem Pile World und nach einem Helldivers und so weiter. Ist ja jetzt zwar kein Indie-Spiel, aber trotzdem, wer, glaube ich, vor einem Jahr hätte niemand von uns gesagt, wenn mal ein Dragon's Dogma 2 kommt, das wird garantiert eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres. Aber es ist halt sehr steil gegangen und ich glaube, sehr viele Leute haben deshalb auch zum ersten Mal Berührungspunkte mit diesem Spiel gehabt und waren dann auch überrascht, wie unkomfortabel es sich anfühlt und wie frustrierend und meh und so. Und dann, an sowas können sich halt diese Diskussionen dann brennen. Ich weiß noch, damals bei Assassin's Creed Odyssey, als das rauskam, 2019, glaube ich, war das, da gab es auch große, riesige Diskussionen über die Mikrotransaktionen im Spiel. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wo sie herkamen, weil ich habe das ja getestet, weil die in meinen Augen identisch waren zu dem, was es zwei Jahre davor schon in Origins gab. Und auch das war nicht besonders, halt diese typischen Timeskips und Timebooster. Aber die Leute haben dem Spiel eben vorgeworfen, dass Assassin's Creed Odyssey zu sehr Spielzeit streckt durch diese ganzen Fragezeichen und alles drum und dran, um halt diese Timebooster zu verkaufen. Ich glaube nach wie vor, das stimmt nicht. Und es wurde darüber behauptet, die Reviewer hätten mit geboosteten Charakteren gearbeitet, was auch nicht stimmt. Und in der Langzeitrezeption ist ja Assassin's Creed Odyssey auch sehr gut gealtert. Es ist ein sehr gutes Spiel gewesen. Aber da habe ich zum ersten Mal so auch selbst die Berührung damit gehabt, wie okay, je nachdem, wie die Konfiguration der Debatte ist, vermischen sich da halt Dinge. Und dann entsteht halt eine Kritik, die sehr überraschend scharf geführt wird. Ja, ich glaube, da du Assassin's Creed reingeworfen hast, Odyssey, ich glaube, das ist eine spannende Diskussion, und ein spannender Punkt, weil ich kann mich auch erinnern, als es damals rausgekommen ist, war das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist, ich gebe Geld für ein Vollpreisspiel aus, so will ich meine x Stunden da drin verbringen und dann gebe ich nochmal Geld aus, um weniger Zeit da drin zu verbringen. Das ist absurd, ja. Es klingt absurd und es war für mich eine lange Zeit auch absurd, aber ich meine, was Assassin's Creed ja oder Ubisoft da macht, ist ja eigentlich zu sagen, naja, wir haben die vielleicht eine etwas jüngere Audience, die haben vielleicht die Zeit, die haben Bock drauf, die sollen das machen, und dann haben sie Menschen wie mich, die noch nicht mehr schaffen, keine Ahnung, halbe Stunde irgendwas zu spielen, aber dann, wenn sie die Zeit haben, wollen sie halt diese intensiv und fokussiert nutzen und für solche Leute ist das so ein Angebot zu sagen, okay, cool, ich habe irgendwie Lust auf das Spiel, ich will das durchbringen, es muss aber jetzt nicht diese Zeit oder was auch immer drin haben und ich glaube, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass deren Intention ist, besonders anstrengende Spiele zu machen, wo dann alle das Ding kaufen wollen, damit das angenehm wird, sondern so eine Art, ey, wir haben unterschiedliche Zielgruppen und wir können dort im Grunde versuchen, unterschiedlich Angebote zu bieten und dort den Needs zu treffen, dann ist es gut. Ich glaube, die große Herausforderung im Gaming ist einfach, was ist diese Linie zwischen, dass es gutes Dame-Design, dass es vielleicht eher so ein nicht so gutes, Dark-Design-Patterns, wo die schon bestimmte Sachen versuchen und da ist man wahrscheinlich die ganze Zeit in so einer Aushandlungssituation, das ist ja bei Dragon's Dog mal ähnlich, wenn man sich dieses, ich hatte mir die Tests angeguckt und das war dieses, ey, das ist voll toll, das ist entschleunigt, langsames Reisen, man muss sich in so einen Ochsenkarren setzen, um vorwärts zu kommen und das ist super schwierig, es gibt wenig kurz diese Schnellreisedinger und das ist auch teuer, das zu tun und dann hört sich das erstmal geil an und ich war auch so cool, so nice, aber dann kam ja auch dieses, naja, vielleicht haben sie es ja nur so gemacht, um dann die Materialien dafür zu verkaufen und ich glaube, da diese Linie zu finden, ist heutzutage vielleicht schwerer als früher. Ja, total, also ich soll auch nicht so klingen, als fände ich das in Ordnung, dass es jetzt überall Mikrotransaktionen gibt, ich versuche nur, also ich komme da eher aus so einer, ich will es halt verstehen Perspektive und ich glaube zum Beispiel, dass der Mobile-Markt mit den Praktiken, die da halt etabliert werden, da auch eine Rolle spielt, weil im Mobile-Markt ist ja Time-Management seit Jahren eine viel dominantere Größe, also dass du halt Ausdauerleisten hast in irgendwelchen Mobile-Games und dir dann bestimmte Timeskips kaufst oder bestimmte Boosts oder sonst irgendwas, das ist ja da viel essentieller reingebacken in die Spielerfahrung, sogar bis zu dem Punkt, wo ich sage, da ist wirklich das Game-Design auf diese Art von Mikrotransaktion ausgelegt. Wenn du halt jetzt sagen kannst, okay, um jetzt weiter zu spielen, muss ich einen Tag warten oder ich investiere halt, da ist es eher umgekehrt. Du willst halt die Power-Gamer monetarisieren und weniger die Leute, die keine Zeit haben und ich glaube, viel davon schwappt halt auch einfach dann rüber auf die großen Spiele, weil sie ja auch immer wieder ihre, das hat, mich hat interessanterweise im Vorfeld uns auch die, weil er heute ja leider nicht hier sein kann, weil er gerade die Cactus organisieren muss, aber hat uns ja ein bisschen die Geschäftszahlen auch von Capcom mitgegeben und da hat er das auch angesprochen, dass natürlich diese Erweiterung von Zielgruppen und sowas, was auch in Hogwarts Legacy geschafft hat, dass du eben Zielgruppen erschließt, die vielleicht vorher mit Gaming gar nicht so viel am Hut hatten oder auch Leute erreichst, die jetzt vielleicht nur für dieses eine Spiel Zeit haben oder so und dass du da sagst, okay, da nehmen wir ein paar von diesen Mobile-Praktiken mit rein, die man vielleicht dann schon vom Handyspiel kennt. Auch da heißt nicht, dass ich es toll finde, aber das würde mir zumindest so ein bisschen erklären, wo ausgerechnet das halt herkommt. Ja, ich muss tatsächlich gerade ein bisschen ausholen, um eure ganzen Fäden nämlich einmal zusammenzuführen, weil die sind alle, die treffen alle eigentlich genau den Punkt und da muss ich jetzt kurz ausholen, um die einmal zusammenzuführen, die Fäden, weil nämlich das Thema Intention und Hintergedanke, das ihr schon erwähnt habt, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um sowas analysieren zu können. Und die Intention und der Hintergedanke bei Dragons Dogma, du hast auch schon gesagt, Demi, zu Recht, dass wir nicht davon ausgehen, dass sie zum Beispiel künstlich irgendwelche schweren Barrieren eingebaut haben, damit man sich die wegkaufen kann, weil man einfach davon Teil 1 ausgehen kann, dass das Spiel einfach so ist, sondern die Intention bezieht sich ja da, das habt ihr auch schon aufgegriffen, auf eine Erweiterung der Zielgruppe. Da geht es eben einfach darum, dass Capcom gerade eine breitere Masse sehr wahrscheinlich erreichen möchte mit Dragons Dogma. Und die ist natürlich ein bisschen schwer zu erreichen mit einem eigentlich, mit einer sehr nischigen Marke, die jetzt irgendwie so ein bisschen im AAA-Bewusstsein angekommen ist mit dem neuen Teil. Und deswegen haben sie sich wahrscheinlich, ich finde das zumindest einen nachvollziehbaren Gedanken, dass das so gelaufen ist, wahrscheinlich gesagt, gut, dieses Spiel hat sehr viele Restriktionen und das ist eigentlich das Design, dass es sehr auf harten Realismus setzt und zum Beispiel auf sehr lange Reisezeiten und auf sehr wenig Möglichkeiten, auf sehr harte Entscheidungen und dass man eben auch dazu stehen muss, wer man ist und wie man aussieht. Und dass wir das dann aber für Leute aushebeln können via DLCs, damit irgendwie das auch sich für Casual-Spieler öffnet quasi. Ja, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Herausforderung, weil ich glaube, du kannst dich die Palette, glaube ich, super breit streuen. Du hast sozusagen diese Casual-Leute, du hast Leute, die du neu reinholst, du hast eher Casual-Spieler, die finden ja auch ganz viele neue Arten, wenn man lange spielt, dann, ich würde sowas sagen, oder seinen Charakter zu customisen und so weiter. Ja, ich habe die Palette und die Versuche, wo wir uns nicht rangehen, ist, glaube ich, ich würde sagen, es ist zumindest gezielter, als es vielleicht in den letzten Jahren war. Ich glaube, wenn man sich da alte, Quote-unquote Experimente, also was mit den Lootboxen und so weiter alles gemacht wurde, das war, glaube ich, nochmal deutlich aggressiver im Vorgehen und wahrscheinlich nicht so sehr auf die Zielgruppen ausgerichtet. Ja, man muss halt auch mit bedenken, dass Capcom jetzt, sage ich mal, was Mikrotransaktionen und Live-Service angeht, vergleichsweise harmloser Publisher ist und sie sind so in ihrem Geschäftsmodell ja noch recht stark auf Premium-Releases ausgelegt. Also sie peilen ja, glaube ich, irgendwie, das steht auch in diesen Statistiken, die Micha rumgeschickt hatte, aber dass sie halt langfristig 100 Millionen verkaufte Spiele pro Jahr, oder war es 100 Millionen Revenue, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Na ja, auf jeden Fall wollen sie halt, gehen sie halt 100 Millionen Spiele verkaufen. 100 Millionen Spiele, ne? Und sie sind aktuell bei 45 Millionen, ähm, genau. Und, ähm, sie tracken halt sehr, beispielsweise über Sales, dass sie so Spiele wie Resident Evil 7 dann über jedes Jahr, ne? 1,4, 1,5, 1,6 Millionen Mal verkaufen. Und so haben sie halt mehrere Spiele im Rennen, unter anderem in Street Fighter oder auch in Monster Hunter World, das ja für sie eine Goldgrube war. Ähm, aber diese Spiele sind allesamt beileibe nicht so vollgepumpt mit Mikrotransaktionen, wie es beispielsweise die von Activision Blizzard sind oder von einem Ubisoft auch, ähm, und haben keine, oder bis auf die Fighting Games auch selten so Season-Modelle oder sowas. Ähm, also es ist vergleichsweise oldschool, wie Capcom halt Spiele verkauft. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da auch einfach den Imperativ verspüren, Antworten zu finden, wie sie für sich, das steht auch in ihrem Geschäftsbericht, der über 100 Seiten lang ist, aber dass sie für sich auch Antworten suchen, wie sie halt diesen, ähm, In-Game-Purchase-Hype mitnehmen können oder diesen Markt mitnehmen können, ohne jetzt, äh, ausbeuterisch zu werden. Ähm, ja. Ja, und ich meine, wenn man sich der, jetzt abgesehen von Nintendo, die japanischen Unternehmen anguckt, ich glaube, Konami hat sich ja sowieso fast ganz vom Gaming verabschiedet, äh, äh, ähm, Square Enix auch eher so, äh, wackelig an einigen Stellen vielleicht, aber Capcom, äh, Capcom ist, glaube ich, da wirklich, also, wie gesagt, neben Nintendo ein Publisher und Developer, da, glaube ich, schon versucht, was, äh, abzuliefern. Ähm, ja. Das mit den Mikrotransaktionen, das hab, hab ich, ähm, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass die gar nicht so stark motiviert sind. Ich muss sagen, ich stecke wahrscheinlich auch gar nicht so sehr in diesen Spielen drin. Ähm, ich glaube, ich hätte mal irgendwann Street Fighter gespielt. Hat mich nur genervt, dass ich alles einzeln, also irgendwann diese Pakete kaufen musste, aber stimmt, na, am Ende ist es, haben sie nicht diese, es ist nicht so, zumindest gefühlt, würde ich jetzt argumentieren, vielleicht könnt ihr das auch korrigieren, nicht so sehr auf dieses Service-Modell oder auf dieses, ähm, Season-Pass-Modell und so ausgelegt, wo man die ganze Zeit die Leute drin halten muss, als vielleicht in den anderen Spielen. Ja, also bei Street Fighter 6 probieren sie es jetzt ein bisschen, aber das ist auch, muss man sagen, sehr hemmelsärmelig, ähm, und, also da haben sie halt, äh, ist auch egal, ähm, aber die meisten Spiele von ihnen, auch in Monster Hunter World, das ja schon eher Service-Game-Charakter hat, kam ja aber sehr, sehr fertig auf den Markt und war jetzt nicht so, okay, jetzt startet unsere erste Season, hier könnt ihr einen Battle Pass kaufen für 15 Euro und dann bekommt ihr nochmal, sondern sie sind halt eher oldschool im Sinne von, wir haben hier halt, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Skin-Bundles, die könnt ihr euch halt kaufen für kleines Geld oder ihr lasst es halt sein und das ist unsere, unsere ganze Strategie dahinter, ähm, wo ja mittlerweile viele Publisher einfach deutlich, also sie machen, also ich glaube, Ubisoft und Rainbow Six, die tanzen auf so vielen Hochzeiten, das kriegst du kaum an zwei Händen abgezählt, mit Season-Passes und Skin-Bundles und allem drum und dran, da ist Capcom halt einfach sehr viel konservativer. Und nicht zu vergessen, EA mit FIFA, die haben auch eine ganz große Hochzeit am Laufen. Oh ja. Ja, und bei EA ist ja, was ist es, glaube ich, zwei Drittel oder drei Viertel der Revenues sind ja Mikrotransaktionen, also die Premium-Releases spielen ja da nicht keine Rolle mehr, aber das ist ja irre. Aber genau das untermauert ja auch so ein bisschen, was da wahrscheinlich die Strategie hinter Dragon's Dogma war, weil es eben kein, also nicht mal annähernd ein klassisches Service-Spiel ist, was auf Service oder Langfristigkeit oder irgendwelche Multiplayer-Komponenten ausgelegt ist. Und bei anderen Spielen, unabhängig von teilweise wirklich wirrer Preispolitik, zum Beispiel bei Diablo 4, ist zumindest klar, was einer der Gründe dahinter ist, dass sowas weiterhin, obwohl es ein Vollpreistitel ist, monetarisiert wird. Natürlich für die Einnahmen, logischerweise, das ist immer einer der Punkte, aber der andere wichtige Punkt, der sehr nachvollziehbar ist, ist natürlich, dass sie das Spiel mit den Seasons auch weiterentwickeln und sich mit solchen fortlaufenden Einnahmen auch die Weiterentwicklung unter anderem finanzieren. Und genau das ergibt bei Dragon's Dogma natürlich keinen Sinn. Das heißt, was da sehr wahrscheinlich ein sehr großer Faktor neben den blanken Einnahmen war, war eben zu sagen, wir wollen uns dieser breiteren Masse öffnen, weil das kann man eben untermauern mit Geschäftsbericht Micha, der uns da die Infos zugespielt hat, wo auch immer er die immer her hat, dass sie eben gesagt haben, PC-Wachstum, also gerade auf dem PC ist diese Spielerbasiserweiterung in Richtung Casual-Spieler für sie wahnsinnig wichtig. Und auf den ersten Blick scheint Dragon's Dogma 2 aus geschäftlicher Sicht da natürlich auch ein guter Case für zu sein, weil das Interesse jetzt im Vorhinein schon so wahnsinnig groß war. Ist das eine Strategie, die du nachvollziehen kannst oder wo du sagen würdest, keine Ahnung, die ist irgendwie grundsätzlich erstmal gut gedacht oder wie würdest du damit umgehen? Also, wenn man kritisch argumentieren würde, also aus kritisch, nein, wenn man ökonomisch argumentieren würde, würde man ja sagen, die Amis machen es besser, so warum kommen sie nicht auch auf dem Level? Die haben ja eigentlich Franchises und so weiter, die das ja irgendwie hergeben würden, also wo es sozusagen das Resident Evil Service Game oder sowas. Aber ich glaube, vielleicht da auch mit dem Blick auf Nintendo ist es ja eigentlich ganz angenehm, dass man sagt, man hat dort vielleicht auch Unternehmen, die eine andere Perspektive haben, die schon verstehen, dass das Zeitalter von ich verkaufe ein Boxspiel und dann vielleicht noch ein Add-on vorbei ist. Und ich glaube, den Teil müssen wir einfach akzeptieren und dass es anscheinend Menschen gibt, die Bedarf haben an Customization, an irgendwelche Individualisierung ihrer Charaktere und so weiter und so weiter, dass erstmal prinzipiell ja nicht eine Herausforderung sein muss. Ich glaube, da, wo es kritisch wird, sind so diese eher Herausforderungen, wenn Spiele vielleicht zu viel mit so Glücksspielmechaniken, Lootboxen und so weiter, aber da kann man, glaube ich, sehr kritisch sein. und ich würde sagen, also so meine optimistische Position, würde ich sagen, dass die Gaming-Industrie ist ja nicht vorbei, die Regeln sind ja nicht in Stein gemeißelt, jetzt funktionieren vielleicht bestimmte Geschäftsmodelle, irgendwann mögen sie vielleicht nicht mehr funktionieren. Man sieht ja auch, also dieses ganze Lootbox-Ding war ja vor x Jahren super groß, dann kam Regulierung, dann waren noch Spiele, irgendwann waren educated, Konsumenten haben sich irgendwann verstanden, nee, das ist eigentlich scheiße, außer wenn es in FIFA ist und so weiter, sodass es in bestimmten Spielen dann auch nicht mehr stattfindet und ich glaube auch, dieser größere Diskurs und in diesem Fall vielleicht Dragon's Dog mal ein bisschen zu viel abgekommen, gehört auch einfach auch dazu, dass Unternehmen das verstehen, denn am Ende muss man ja eine Sache einfach akzeptieren, das ist so ein bisschen auch wie vielleicht im Film, also manche Fans von Star Wars ärgern sich, dass vielleicht Star Wars sich auch neuen Zielgruppen wie vielleicht jüngeren Mädchen oder so öffnet und am Ende muss man auch eine Linie ziehen, ist halt Unternehmen suchen genau diese Märkte, weil Gaming ist ja in den letzten Jahren sehr gut gelaufen, weil es ein Wachstumsmarkt war, jetzt ist der Wachstum ein bisschen gebremst und die Frage ist halt, wo sind die Wachstumsfelder, denn nur dort, wo man wachsen kann, sind auch die Investments am Ende, fließen sie hin. Ja, aber da, jetzt muss ich wieder kurz ausholen für eine Frage, für eine Folgefrage, die ich dir dann gleich stellen muss, weil das Problem bei Dragon's Dogma war ja jetzt, das haben wir ja auch schon eigentlich festgestellt gerade, dass das komplett aus einer anderen, fast schon gegenteiligen Richtung von Pay to Win kam, weil es eben irgendwie nicht so richtig Pay to Win ist im Sinne von, das Spiel ist eigentlich schlechter oder unspielbar, wenn wir nicht noch was dazu kaufen, sondern im Gegenteil, das Spiel ist eigentlich so, wie es sein soll, wenn man nichts dazu kauft, aber man macht es sich selber kaputt, wenn man irgendwie die Möglichkeit wahrnimmt oder sich sehr davon stören lässt, dass sie da ist. Das macht das ganze Spielsystem von Dragon's Dogma ja eigentlich kaputt. Das ist ein spannendes Argument. Also das ist tatsächlich, das ist ja wirklich die Gegenbewegung. Ja. Vorher war es sozusagen die Diskussion, die Spiele sind nicht gut, also gehen wir jetzt nochmal on top Geld aus, damit sie normal werden. Und bei Dragon's Dogma wäre jetzt sozusagen die Diskussion, eigentlich haben sich die Designer gesagt, es ist eine entschleunigte Welt und so weiter und so weiter. Und wenn du jetzt aber Geld ausgibst, für das Schnellere macht sie das Spiel kaputt. Ja. Guter Punkt. Also aus der Perspektive habe ich es gar nicht betrachtet. Ja, aber ich weiß es, also ich hänge, glaube ich, so ein bisschen wirklich daran, ich glaube, wenn man sich die Zielgruppen anguckt, sind einfach, weißt du, wahrscheinlich heute ganz viele Menschen, die mit Gaming aufgewachsen sind in einem Alter, wo sie vielleicht ein paar Kinder haben und den Job vor sich haben und dann will man die mit monetarisieren. Jetzt könnte man argumentieren, ist das ein guter Ansatz oder nicht? Aber ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich hänge da tatsächlich jetzt ein bisschen, was eigentlich, ob das schlau ist, das so zu machen, weil am Ende laufen ja die Leute durch diese Spielwelt und haben ja eine schlechtere Erfahrung, ob das nicht sozusagen eher dazu, die Konsumenten dazu bringt, weniger diese Franchises oder diese Marke zu konsumieren. Das ist wahrscheinlich, am Ende des Tages sind es halt kaufbare Cheats. Und das ist eigentlich die gleiche Diskussion wie damals. Wenn du halt cheatest, weißt du, dass du dieses Spiel kaputt machst. Aber es gibt halt Leute, die haben einfach mehr Spaß da, wenn sie halt in GTA unsterblich sind und da mit ihren Panzern rumfahren dürfen. Vielleicht geht es halt in die Richtung. Aber es ist halt genau dieses Spannungsfeld auch zwischen, was du sagst, auch Humann, mit Leuten, die halt dann Kinder haben und zu überlegen, wie kann man die halt an die Stange bekommen und auf der anderen Seite die Kinder halt auch. Weil ich glaube, es gibt schon, ich würde, ich finde es, oder oft denkt man ja, ja, die Gamer, die Gamer sind sauer, dass immer mehr Spiele halt Mikrotransaktionen haben und so weiter. Das halte ich halt für eine viel zu krasse Verallgemeinerung. Aber ich glaube schon, dass es eine Zielgruppe gibt, die auch auf Basis der letzten Jahre durchaus empfindlicher wird und auch empfindsamer für solche Monetarisierungspraktiken. Also ich glaube, Dragon's Dogma steht da schon auch ein bisschen als Glied einer längeren Kette, weil es ist ja beileibe nicht die erste Diskussion, die wir in den letzten Jahren hatten und ich finde schon, dass diese Diskussion lauter wird, was Mikrotransaktionen mit den Spielen eigentlich machen. Also zum Beispiel, ich glaube vor ein paar Jahren oder ich weiß gar nicht, wann es genau war, aber Epic musste doch auch schon ein riesen Settlement zahlen von ein paar hundert Millionen, weil sie irgendwie, da gab es auch eine Klage von der US-Handelsbehörde, dass sie eben mit diesen Dark Patterns, du hattest sie angesprochen, Humann, dass sie im Prinzip die Leute durch irreführende Spielerführung zu Käufen motivieren, da ging es glaube ich um die UI von Fortnite, die sie sonst bei klarem Verstand und klarem Wissen nicht getätigt hätten. Und also diese Diskussionen werden schon mehr und mehr, was das, also jetzt gerade, heute kam glaube ich erst die News, dass es glaube ich eine Kette von sechs Anklagen gibt gegen große Publisher, darunter Riot und Rockstar und so, dass eben die Kinder in die Sucht getrieben werden oder das Suchtverhalten gefördert wird, wenn du hingehst und halt so viele Mechaniken in dein Spiel einbaust, die die Leute dazu bringen sollen, einen Shop zu benutzen. Und Dragon's Dogma ist das zwar nicht, aber es gibt ja Spiele, die das sind, zum Beispiel Call of Duty. Ja, absolut. Was mir gerade durch den Kopf ging, ist glaube ich, ich meine Free-to-Play, müssen wir nicht eigentlich akzeptieren, dass bei Free-to-Play das immer darauf aus ist, die müssen ja irgendwie einen dazu bekommen, Geld zu verdienen. Also ich meine, ich versuche so weit wie möglich Abstand davon zu halten, von Free-to-Play, aber die Male, die ich es mal erlebt habe, würde ich sagen, ja klar, so überall, wo es eine Möglichkeit gibt, mich dazu zu bringen, etwas auszugeben, wenn sie natürlich in der Regel immer nutzen. Und wo ich mich frage, ist halt bei den großen Bezahlspielen, wie jetzt hier Dragon's Dogma, ich meine, FIFA hat man irgendwie akzeptiert, dass es so ist. Aber ich hätte gedacht, dass in den letzten Jahren, dass es sich wieder ein bisschen, zumindest in der Bezahlspiel-Welt ein bisschen normalisiert hat. Man könnte ja so ein bisschen drüber diskutieren, was Spieleunternehmer versuchen, ist ein bisschen Shifting-Baselines. Sie versuchen immer so ein bisschen was, dann kriegt dann irgendjemand plötzlich auf die Fresse, dann gehen sie ein bisschen zurück, aber sozusagen die Motivation, wie wir Geld ausgeben oder die Akzeptanz, wie wir Geld ausgeben, schiebt sich dann immer stärker in diese Monetarisierung. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, irgendwann fasert das ja auch aus. Und zumindest hätte ich jetzt gesagt, wenn ich mir die Spiele der letzten Jahre angucke, sowas wie Elden Ring oder sowas wie Tears of the Kingdom und so weiter, ich glaube, es gibt schon einige Spiele, wo man merkt so, okay, die sind super erfolgreich ohne, oder bei der Skate 3 und so weiter, ohne diese Mikrotransaktionen und dass es sich wieder zumindest diese Shifting-Baselines, wenn man das mal so logisch nutzen will, wieder in einer Normalisierung sich bewegt. Ja, da würde ich auch zustimmen. Ich glaube auch, dass, wenn man sich die Frage stellt, sind Mikrotransaktionen tendenziell, werden die immer schlimmer in so einem ganz breiten, in einer ganz breiten Perspektive, würde ich sagen, nicht so wirklich, weil es sich halt diversifiziert und aufteilt und selbst in EA, EA hat zwar sein FIFA und sein Madden und so, aber die meisten Spiele, also EA hat eben auch ein Star Wars Jedi Survivor rausgebracht und hat auch ein Dead Space Remake rausgebracht. Beides tolle Spiele, wenn man von den PC-Problemen absieht von Star Wars, aber beides fantastische Spiele, wo du für deinen Kaufpreis ein fertiges Produkt bekommst und keinen einzigen Cent mehr auf den Tisch legen musst, wo ja noch Dead Space 3 vor über zehn Jahren, 2013 glaube ich war das, einen riesen Shitstorm ausgelöst hat, wo du da irgendwie diesen Robot da für Echtgeld kaufen konntest, der dann Materialien sucht, völlig absurd aus heutiger Sicht. Also da haben sie sich schon einfach sinnvoll weiterentwickelt. Ich glaube, die Frage, die ich mir hier stelle, ist, was jetzt ganz konkret für so, also ich glaube, es gibt schon auch Ubisoft, also es gibt, sagen wir mal, es gibt halt da, wo die Mikrotransaktionen stark sind, arbeiten sie auf eine Art und Weise mit einer Sophistication, die ich zumindest, wo ich zumindest sehr kritisch draufblicke, weil es eben auch darum geht, was machst du mit jüngeren Zielgruppen, aber was machst du auch mit Erwachsenen, die wenig Zeit haben, also wie, an welchen Schrauben kannst du noch drehen, weil die Lootboxen, so schlimm sie waren, die waren halt ein Stück weit in die Fresse, die waren halt zu in die Fresse, die Leute haben gemerkt, dass sie da halt abgezockt werden, aber sehr viele von den Mechanismen von einem Call of Duty, das halt jetzt über Jahre ganz subtil mit über Fake-Währungen und so weiter die Preise allmählich hochmacht, dass du jetzt zum ersten Mal Skins für 30 Euro hast oder Battle Passes wie Premium Battle Passes und Black Cell Battle Passes und allem drum und dran, die dann zu Steam, also da wird ja schon sehr, sehr viel getrieben mit FOMO und so den psychischen Mechanismen, wie wir Menschen halt funktionieren. Da gibt es ja im Grunde auch keine Regulierung, oder? Weißt du da was drüber, Hohmann, ob man da theoretisch einfach beliebige Preise wirklich dranschreiben kann oder ob das von irgendeiner Stelle theoretisch mal reguliert werden muss? Also ich habe jetzt keine direkte Kenntnis darüber, aber ich glaube, man ist sehr vorsichtig im Kontext von Regulationen von sowas. Also ich glaube, erstmal ist die Frage, ab wie vielen Jahren sind diese Spiele freigegeben? Das ist wahrscheinlich ein Teil davon. Und das andere ist, Regulation, muss man ja verstehen, ist sozusagen eins der letzteren Schwerter, die man nimmt. Und dann ist es ja auch super komplex mit globalen Strukturen und so weiter. Ich meine, das sind wir ja schon dabei, zu versuchen zu sagen, dass Glücksspielmechanismen, auch wenn man kein Geld zahlt, vielleicht für Kinder nicht so toll sind in Spielen. Und allein diese Diskussion, wo man sagen würde, dass es also relativ gut einrahmen ist, das Problem, dass sich ja da an vielen Stellen das schon schwer tut. Wohingegen, also man muss sagen, ich habe das richtige, letztes Mal richtig Call of Duty Modern Warfare 2, das alte, gespielt. Von daher überrascht es mich, dass es so ein richtiges Ökosystem geworden ist. Und aber vielleicht muss man so ein bisschen in der Logik von Unternehmen, also die Logik von Unternehmen wäre ja, nehmen wir mal Call of Duty, Warzone oder so, dieses Free-to-Play-Ding. Die hauen so ein Ding raus, das ist erfolgreich. Und wenn etwas erfolgreich ist, treffen sich dann Manager in Meetings, gucken sich PowerPoint-Slides an und überlegen, wie können wir denn damit mehr Geld verdienen. Und dann schleicht sich das schon ein und dann holt man sich halt Designer und genau diese Psycho, und dann holt sich man Marketer und so weiter. Und dann kommt, und das ist so ein inkrementeller Prozess in Unternehmen. Ich glaube nicht, dass jemand da sitzt so und böse zeigt, so mehr Geld und Leute ausbeuten, sondern Leute wollen ihre Jahresziele erreichen, Leute wollen Projekte umsetzen, Leute wollen, dass ihre Bereichskennzahlen steigen und so weiter. Und inkrementell kommt dann das und dann hat man vielleicht irgendwann so einen Riesenwust, weil das auch einfach organisch über einen gewissen Zeitraum gewachsen ist und dann guckt man mal vor einen Schritt zurück und denkt so, oh mein Gott, was ist mir los? Ich packe da noch mal ganz kurz eine Pinnwandnadel rein quasi, um noch kurz das Thema abzuschließen mit der Strategie von Capcom, wo wir uns dann noch mal weiter bewegen zu dem, was ihr gerade schon angerissen habt. Nämlich, ihr habt auch schon die absolut richtigen Beispiele natürlich genannt, Elden Ring und Baldur's Gate 3, die super spannend im Vergleich jetzt gerade zu Dragon's Dogma sind, weil gerade Elden Ring und Dragon's Dogma 2 tatsächlich extrem viele Ähnlichkeiten haben. Nicht nur, weil sie beide dafür bekannt sind, sehr harte und sehr extreme Spiele zu sein und sehr krass auf Realismus und wirklich harte Mechaniken zu setzen, sondern auch, weil sie ja beide aus einem sehr nischigen Vermächtnis abstammen, könnte man sagen, weil sowohl Dragon's Dogma 1 als auch Dark Souls sehr beliebt waren und sich auch gerade Dark Souls natürlich sehr gut verkauft hat, aber trotzdem sich nicht immer vollständig dem AAA-Mainstream geöffnet hat. Und dann hat Elden Ring das eben geschafft, plötzlich sich dem AAA-Mainstream zu öffnen, aber nicht, indem sie gesagt haben, wir versuchen irgendwie unser Konzept zu verraten und machen irgendwie jetzt alles anders oder versuchen den Leuten anzubieten, dass sie sich das Ganze leichter kaufen oder bieten tausend Mikrotransaktionen an, sondern sie haben das eben geschafft durch Weiterentwicklung von ihrem Spielkonzept und Innovation. Dein bestimmt Lieblingswort, Humann. Du bist doch Innovationsexperte. Ich glaube, also Innovation ist, glaube ich, so, wenn ein Unternehmen das ernst nimmt und ich glaube, ihr Produkt und das, was sie tun und ihre Unternehmung ihnen wichtig ist, ist das natürlich der Fokus. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen mit der Lupe schauen, welche Unternehmen finden eher Innovation in der Monetarisierung und welche finden sie ja im Game Design. Also man könnte sagen, beides ist irgendwo eine Form von Innovation. Aber vielleicht, um das noch zu schärfen, ist, glaube ich, das hat auch extrem viel mit den Teams und den Menschen und auch teilweise mit der Führung zu tun. Also wenn die falsche Person bei FromSoftware an der relevanten Stelle sitzt und vielleicht sitzt gerade jemand da und sagt, okay, jetzt haben wir diesen Riesenerfolg, wie machen wir das nochmal erfolgreicher? Und dann ist genau diese Frage, die sich dann stellt. Geht man diesen Weg von, okay, wir haben dieses Ding hier und das können wir besser machen, das können wir weiterentwickeln, das können wir ja, wie auch immer, aus einer Spielperspektive mehr Zugang finden oder auch einfach, ja, keine Ahnung, weiterentwickeln oder ist das eine Monetarisierungsperspektive und hier wird es vielleicht schon, es wird spannend sein, in welche Richtung sich dann FromSoftware entwickelt, weil wenn wir sagen, jetzt haben sie es, also mit Ellenring, haben sie geschafft, zu wachsen einer größeren Zielgruppe. Jetzt wäre die Frage, ist der nächste Schritt wieder wachsen anderer Zielgruppen oder mehr und dann ist ja die Frage, wenn man jetzt schon im Mainstream ist, wie viel mehr kann ich sozusagen über das Spiel selbst bekommen, über das Marketing, über das Game Design, über Innovation und wie viel muss vielleicht von woanders kommen und ich glaube, das wird sich dann wahrscheinlich herausstellen, in welche Richtung sie rennen. Ich meine, Baldur's Gate ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil dort hast du halt diesen CEO, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber wir haben ja einen Podcast dazu, zu ihm gemacht, der, glaube ich, sehr signifikant sozusagen genau die Ideen, die sie vertreten wollen, auch hält. Die Frage ist aber dann, was ist, wenn diese Person ausgetauscht wird? Oder wenn so ein Bobby Kotick da reinkommt, wird wahrscheinlich auch was anderes dann bei Baldur's Gate 4 oder was auch immer abgehen. Mein Gott, was zeichnest du denn dafür eine Dystopie jetzt? Ja, es ist halt, also vielleicht, um die Dystopie noch weiter zu malen, so ein Spiel wie Elden Ring ist halt auch One in a Million. Also darf halt auch nicht vergessen, dass Innovationen im Gamedesign immer herausfordernder werden, je ausdefinierter Spiele sind. Also selbst so was wie jetzt der, das ist schon eine große Herausforderung. Der Battle Royale-Trend hat sich festgefahren. Es gibt keine wirkliche Alternative. Es gibt halt zum ersten Mal seit langer Zeit keine so eine offensichtliche Core-Gaming-Trendsau, die man durchs Dorf treiben kann. Die Spieleproduktionen werden tendenziell immer teurer, gerade im AAA-Bereich. Und dann merken wir auch, selbst wenn ein Spiel richtig, richtig geil ist, ist das kein Garant dafür, dass es sehr profitabel ist. Schau dir Ubisoft an, was ist denn die Lektion, die Ubisoft lernt aus dem Prince of Persia? Das ist zwar, dieses Lost Crowns hat zwar ein deutlich natürlich geringeres Budget als ein Assassin's Creed, aber es war ein fantastisches Spiel. Es hat sich lausig verkauft, genau wie viele von den Singleplayer-Spielen der letzten Jahre sich lausig verkauft haben. Und gleichzeitig musst du deinen Investoren halt in irgendeiner Form Wachstum suggerieren und zeigen, okay, wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen. Also was machst du? Und dann gehst du halt an die Punkte, wo du sagst, okay, hier kann ich zumindest Kontrolle suggerieren und Mikrotransaktionen, also auch ein erfolgreiches Service Game ist halt auch nicht mehr so leicht hinzubekommen. War vielleicht noch nie leicht, aber es ist halt auch tough, weil die Leute auch nur so viel parallel spielen können. aber es ist zumindest ein deutlich lukrativerer Markt oder glaube ich zumindest manchmal deutlich weniger Risiko, als, also es ist zum Beispiel weniger Risiko, wenn du ein halbwegs erfolgreiches Produkt hast, das über Season am Leben zu halten, als zu versuchen, jedes Jahr ein neues Premium-Produkt genauso oder erfolgreicher zu machen als das Jahr davor. Absolut. Vielleicht zwei Gedanken dazu, das eine, ich würde sagen, im Triple-A, also wir reden über Triple-A, aber im Nicht-Triple-A-Bereich, also insbesondere im Indie-Bereich, gibt es glaube ich relativ, kann man relativ viel Innovationen beobachten. Ich glaube, ich habe letztes Jahr 350 Stunden Brotato gespielt oder jetzt gerade 100 Stunden Ballatro. Da ist die Zeit drin, by the way, die woanders fehlt. Aber wieder zurück zum Triple-A-Bereich. Ich glaube, was wir wahrscheinlich jetzt mehr oder schon auch beobachten, ist, dass Triple-A nicht nur jetzt die Monetarisierung im Blick hat, sondern wir sehen ja auch schon, wir haben ja gesehen, Sony mit deren Budgets, die ja weit von gut und böse sind. Ich glaube, für Spider-Man 2 war das Budget irgendwie 350 Minuten. Also das war ein immenses Budget und ich glaube, jetzt werden wir erleben, dass die jetzt auch auf der Kostenseite rangehen. Also was können sie den Investoren sagen? Wachstum über, also Profitwachstum ist entweder mehr Umsatz oder und, oder auch die Kostenseite zu reduzieren. Das sehen wir ja gerade bei Sony. dass sie anfangen, Studios zu schließen und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt die nächste Welle. Es findet ja insgesamt gerade eine Konsolidierung statt, aber auch, wie viel Geld kann man für Spiele ausgeben? Man munkelt, GTA 6 wird auch nicht das günstigste Spiel werden. Aber ich glaube, die Kostenseite ist wahrscheinlich jetzt nochmal etwas, was die großen Publisher stärker im Blick nehmen werden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Diese Entlastungswellen, die wir gerade haben, wie du sagst, das ist eine Konsolidierungsphase, aber natürlich, du liest gerade in allen Geschäftsberichten, sei es halt Ubisoft oder EA oder eben eine Capcom oder so, dass ganz viel darüber gesprochen wird, Pipelines zu vereinen oder auch die Engines zu überarbeiten. Es ist ja auch ein Riesenprojekt von CD Projekt, dass sie jetzt versuchen, mit ihrer Engine sowas wie Cyberpunk zu verhindern und halt auf eine technische Basis zu setzen für die nächsten Jahre. Du hast AI als neues Gebiet. Ja, stimmt. Der NVIDIA-CEO jetzt schon meinte, dass irgendwie 2030 eher davon ausgeht, dass halt sehr viel Spielentwicklung über AI-Generierung stattfindet und dass Pixel halt nicht mehr gerendert werden, sondern generiert und so weiter und so fort. Also wer weiß, ob das halt der neue Hype-Zyklus dann wird im Gaming, aber da tut sich gerade sehr, sehr viel. Aber wie guckt ihr denn drauf, dass die Budgets immer höher werden? Weil ich glaube, Sony war ja glaube ich nicht, ich weiß nicht, ob sie wirklich zufrieden sein konnten von den Verkaufszahlen wahrscheinlich insgesamt, was Spider-Man und so weiter rauskommt, hat schon. Aber deren Budgets werden ja immer höher und irgendwann oder wahrscheinlich jetzt schon ist es schwierig, dass man dafür ein gutes Argument zu finden, dass man das als Investment-Case sieht, als andere Dinge. Ja, da finde ich auch spannend, wie du das gerade beschrieben hast, dass man eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder halt Wachstum über Zielgruppenerweiterung oder Wachstum, finanzielles Wachstum durch mehr oder größere Monetarisierung. Und da frage ich mich dann halt auch, ich meine, man kann ja nur bis zu einem gewissen Maß vielleicht seine etablierte Marke erweitern und nur bis zu einem gewissen Maß sein Konzept verbreitern, ohne dass es völlig in sich zusammenfällt. Man wird nicht erreichen, dass irgendwann jeder Mensch auf der Welt dein Spiel gekauft hat. Das heißt, man muss seine Grenzen irgendwo kennen und wenn dann gleichzeitig die Spiele immer teurer werden, wie ihr sagt, muss man wahrscheinlich aus rein wirtschaftlicher Sicht andere Lösungen finden, oder? Absolut. Also ich glaube, es gibt vielleicht die eine Sache, worauf man vielleicht vor ein paar Jahren mehr geschielt hat, als es heute ist, ist, dass man mehr Menschen Zugang gibt zu den Spielen und das war ja sozusagen das große Schlagwort Cloud Gaming, sodass man zum Beispiel auch in Ländern, wo vielleicht Computer oder die Geräte nicht so weit verbreitet sind, dass durch Cloud Gaming die dann, keine Ahnung, alles Mögliche nutzen können, um was auch immer zu spielen. Ich glaube, diese Motivation ist ein bisschen jetzt so runtergekommen und vielleicht geht es auch nicht so schnell, wie man sich das vorgestellt hat, weil da ist schon noch ein potenzieller Markt, den man angraben könnte, aber ich glaube, auch jetzt post Corona und jetzt auch mit dem letzten Jahr, wo sehr richtig viele Spiele rausgekommen sind, aber trotzdem sozusagen es nicht zu den Verkaufszahlen gekommen ist, die sie erwartet hatten mit diesen Wachstumstrends. Ich glaube, stehen die gerade da und überlegen halt nach unterschiedlichen Strategien, wie sie das auffangen können, weil es gibt natürlich irgendwann auch ein Limit. Spiele können auch irgendwann nur noch so teuer sein, also in der Produktion. Da wird auch viel experimentiert, also auch dieses Thema UGC, User Generated Content, das stimmt schon, das ist halt auch eine kleinere Sache geworden, aber da gibt es ja nach wie vor ein paar Eisen im Feuer, die versuchen, Roblox so ein bisschen das Wasser abzugraben, wie halt dieses Everywhere, Everywhere heißt es, glaube ich, von Leslie Benzies. Aber natürlich auch, wenn man sich Ubisoft anschaut, wie sie sich halt aufstellen, dass du halt eben sowas hast wie Prince of Persia, wo sie sagen, oder auch was, EA macht das ja auch mit diesen EA Originals, dass sie halt kleinere Produktionen machen, wo sie sagen, da ist bewusst das Budget halt gedrosselt und wir versuchen halt in so einer Contained Area profitabel zu sein. Ich glaube, das funktioniert nicht gut bei den meisten, leider, weil es oft sehr, sehr schöne und sehr kreative Spiele sind, die dabei rauskommen. Aber ja, das ist halt ein Ding und dann hast du eben natürlich die ganz dicken Fische, wie in Assassin's Creed, wo du dann hörst, okay, da wird in diesem neuen Assassin's Creed Infinity ja jeder Spielcharakter über Assassin's Creed Hexe und Red und so wird einen eigenen Battle Pass haben über Six Seasons und so, wo du sagst, alles klar. Geil. Hammer. Finde ich super. Also ich glaube, da schießen sie einfach jetzt in so viele unterschiedliche Richtungen, weil sie auch sehen, dass immer nur größer und dicker und mehr Volumen irgendwann nicht funktioniert. Ja. Und jetzt ziehe ich die Pinnwandnadel raus, die ich reingesteckt habe vorhin, um nämlich nochmal was aufzugreifen, was du mir gesagt hast, was ich total wichtig fand, dass man diese Diskussion oder die Kritik an Monetarisierung nicht verallgemeinern darf, weil die, glaube ich, wirklich sehr, sehr individuell ist. Zum einen natürlich, das hast du auch schon gesagt, Human, ob man jetzt von einem Free-to-Play-Spiel spricht oder von einem Vollpreistitel und zum anderen, glaube ich, gibt es so drei, also kristallisieren sich für mich so drei Hauptkritikpunkte an Monetarisierung heraus, die problematisch sind, die auch sehr unterschiedlich sind. Das eine ist natürlich klassisch Pay-to-Win, wenn man wirklich Sachen künstlich irgendwie in seinem Spiel verschlechtert, damit sie durch mehr Bezahlung besser oder einfacher werden. Das andere ist jetzt irgendwie die Art von Gegenteil, die Dragon's Dogma jetzt aufgezeigt hat, dass man sagt, ich verwasche irgendwie mein eigentliches Spielkonzept, indem ich solche Sachen anbiete. Und das andere ist natürlich einfach völlig wirre und unfaire Preispolitik, wenn es zum Beispiel darum geht, Sachen anzubieten, die mechanisch überhaupt keinen Sinn haben, zum Beispiel nur Skins sind, zum Beispiel Portalskins für Diablo 4 zuletzt und dann sagt, wir klatschen da einen absurd hohen, in dem Fall 30 Euro, absurd hohen und nicht nachvollziehbaren Preis dran. Und das sind ja im Grunde die drei größten Kritikpunkte und daran kann man eben auch erkennen, dass so servicegetriebene Monetarisierung nicht zwangsläufig schlecht sein muss, aber dass das eben drei Faktoren sind, die sehr oft eine Rolle spielen dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht eine Sache noch ergänzen, das, was Demi vorhin gesagt hat, darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, wie sehr auch diese ganzen Verkaufsmechanismen, diese psychologischen Mechanismen, dieses FOMO, weil ich glaube, das steckt wahrscheinlich auch in diesen allen irgendwo drin mit den Skins und so weiter, weil diese Dinger können ja sehr subversiv sein und auch sehr intensiv auf Leute wirken. Und ich glaube, das ist auch ein Trend, den ich wahrscheinlich sehr kritisch drauf schauen würde. Ja, das hängt auch mit dem, mit diesem dritten Part zusammen, den du genannt hast, Geraldine, diese 30-Euro-Portale, das ist halt sehr oft einfach Wahlfang. Du nimmst halt, du weißt halt bewusst, das wird für viele Leute eine zu hohe Preisschranke sein, aber du weißt, dass es halt Leute gibt, die sich das nicht entgehen lassen können und bereit sind, überproportional viel auszugeben. Und ich meine, nur weil da mal 30 Euro für einen Skin ausgibt, das ist zwar lächerlich viel, aber da bist du jetzt noch kein richtiger Whale in so einem pathologischen Sinne. Das sind ja Leute, die Tausende von Euro ausgeben. Aber wenn man sich das mal überlegt, also wenn du jetzt bei Call of Duty, da gab es ja jetzt für Dune, gab es ja Skin-Pakete, da gab es dann den Paul Atridis als ein Skin-Paket, es gab den Fade Rauter für ein Skin-Paket, da gab es noch die Sardau-Car und so. Und da haben sie es jetzt zum ersten Mal eingeführt und ich habe mich schon gewundert, wann sie das machen würden, dass du, wenn du alle Dune-Skin-Pakete kaufst, dann bekommst du noch mal ein Extra-Skin, das ist dann Paul Atridis mit so einer Maske. Und wenn du alle kaufst, da reden wir von 72 Euro, die du ausgibst für drei Operator-Skins und bekommst dann noch einen vierten dazu und halt noch so ein bisschen Kladderadatsch mit Emblemen und so weiter. 72 Euro. Und das sind ja drei Skins von, keine Ahnung, wie viele es gerade im Shop gibt, 30, 40, 50. Also, das ist schon krass. Und allein, dass sie sowas anbieten, heißt ja, dass sie darauf spekulieren, dass es diese Zielgruppe gibt und die wird es auch geben. Und da reden wir halt schon von extrem hohen Summen. Ja, das ist schon ein schweres Thema. Auf der einen Seite denkt man sich so, okay, dann soll der Fan, der sich darüber freut, soll es halt machen, wenn es ihm Vergnügen bereitet. Also, ich habe mich auch gefreut, als sie für Anno 1800 weitere DLC-Pakete rausgebracht haben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, also, mein Blick fällt wahrscheinlich dann immer so ein bisschen auch, ich habe auch zwei Kinder und so, wie wirkt sich das dann darauf aus und welchen Druck, weil da ist schon, das ist schon nicht trivial auf der anderen Seite und das kann, ja, ich meine, 72 Euro ist, also ich, du hast es vorhin gesagt, Gerardi, müsste es nicht irgendwie eine Preisregulation an irgendeiner Stelle geben, dass man sagt, Dinge, die man einfach aus der Luft zaubert und in den Raum stellt. Ja, zumal sie ja auch, man kann ja sagen, ja, wenn du da 72 Euro vor dir hast, das gibt ja keiner aus, aber die machen das ja, da greifen ja so viele Fäden ineinander, ja, du hast diese Battle Passes, die du dir für echtes Geld kaufst und da bekommst du ja immer Coins am Ende raus, so, und wenn du das über Jahre ansparst, hast du vielleicht schon ein, so ein Dune-Paket mal gekauft, komplett kostenlos, weil du halt Battle, du hattest halt Coins und dann ein zweites Paket hast du vielleicht gegiftet bekommen zum Geburtstag, ja, weil da gibt es ja auch die Möglichkeit, diese Coin-Pakete und dann ist es ja plötzlich nur noch eins, das du kaufen musst, du hast ja schon zwei von drei und wenn du drei von drei kaufst, dann hast du ja, kriegst du ja nicht nur den einen Skin in diesem Paket, sondern dann kriegst du ja auch diesen Bonus-Skin und so, das sind diese ganzen Rädchen, die jetzt zusammengreifen, die sie halt über Jahre aufgebaut haben, zu einem Punkt, wo du sagst, krass, also das ist eine, das ist halt so perfide orchestriert, die haben mehrere, also die haben dort mehrere Währungen, oder was? Es gibt nur, also es gibt halt diese Cod-Coins, das ist diese Proxy-Währung, die du für echtes Geld kaufen kannst und die bekommst du aber beispielsweise auch, indem du den Battle Pass, die ihr kaufst, das ist eins ihrer, eins ihrer großen Verkaufsargumente für diesen sauteuren Black-Sale-Battle Pass, der 30 Euro kostet, und da bekommst du halt, glaube ich, irgendwie 1500 Cod-Coins raus, also 15 Euro oder so und wenn du das halt zwei Seasons langes machst, sagst du 3000 Cod-Coins, das sind dann 30 Euro, da kannst du dir anderthalb von diesen Paketen kaufen, von diesen, von diesen, ja und Da machst du noch so wichtiges Thema auf, das ist ein Fakt, der nicht neu ist, bei weitem nicht, aber der so wichtig ist eigentlich in der Debatte, nämlich dieses Thema, wie unübersichtlich das eigentlich alles ist und ganz bewusst unübersichtlich und unklar, wie viel du Geld eigentlich ausgibst, wann und für was, weil zum einen natürlich, weil das einfach die Regularien sind leider, du ja nie oder fast nie, wenn es um Ingame-Shops geht, einfach nur straight mit deiner Währung, mit deinem Geld eine Sache kaufst und dann weißt, ich habe 10 Euro für diesen Skin ausgegeben, nee, du musst ja immer Ingame-Währung kaufen und dann mit der Ingame-Währung das kaufen, was du haben möchtest und es ist mit voller Absicht natürlich, sehr undurchsichtig, wie viel Geld du dann eigentlich wirklich ausgibst. Das heißt, sehr oft siehst du im Shop nur die völlig aus der Luft gegriffene und komplizierte Ingame-Währung, die sich nicht leicht umrechnen lässt in Geld und weißt dann nur ungefähr, wie viel das vielleicht in deiner Währung ist und wie viel du dafür ausgeben müsstest und dann gibt es auch sehr oft die Mechanik, dass du nicht eine exakte Anzahl von Ingame-Währungen kaufen kannst. Genau das kaufen kannst, sondern kannst du immer nur diese Pakete kaufen, die dann auch alle unterschiedlich kosten, weil du Rabatt kriegst in Anführungszeichen, wenn du mehr kaufst. Rabatt? Ja. Unglaublich unübersichtlich, mit voller Absicht und bei den Portalen von Diablo, die ich erwähnt habe übrigens, kriegst du zum einen natürlich die Portal-Skins, aber, und das finde ich fast noch schlimmer als wenn nicht, kriegst du nochmal Ingame-Währung zurück, die ungefähr ein bisschen weniger als 10 Euro entspricht. Das heißt, du zahlst eigentlich in Anführungszeichen nur 20 Euro für Portal-Skins, nur, hahaha, ist ja voll das Schnäppchen, aber gleichzeitig hast du quasi 10 Euro, die dir weggenommen wurden und wo du dann den Drang empfindest, die noch ausgeben zu müssen, damit sie nicht einfach im luftleeren Raum stehen und das ist natürlich eine furchtbare Strategie. Ja, allein, allein jedes Mal in so ein Spiel reinzugehen und diese Dinge sehen zu müssen und jedes Mal darauf hingewiesen zu werden, das ist an sich schon echt kritisch. Ja, also ich meine, ich klicke vielleicht jetzt so ein bisschen wie ein sehr zynischer Boomer, deswegen also ich, ich spiele ja Call of Duty leidenschaftlich, also nahezu jeden Abend. Ich mag dieses Spiel sehr gern, was sie da im Multiplayer machen und ich bin auch nicht pauschal gegen, sind wir ja alle nicht, gegen jede Form von Monetarisierung, zum Beispiel Battlefield 2041 bei aller Kritik, die das Spiel verdient, aber da finde ich, haben sie einen sehr fairen Deal gemacht, wenn du zu den armen Socken gehört hast, die sich das Spiel vorbestellt haben, hast du zumindest die Battle Passes für die ersten vier Seasons kostenlos, also kostenlos bekommen, das hat dann diese Ultimate Edition und dann über diese vierte Season hinaus zahlst du dann halt für den Battle Pass zehn Euro pro Season, wo ich aber denke, okay, dass die Battlefield 2042 jetzt aktuell immer noch weiterentwickeln, da bin ich auch bereit, den Entwicklern halt freiwillig, wenn ich das will, zehn Euro alle drei Monate zu zahlen und darüber hinaus, du kannst dir auch, wenn du den Battle Pass durchspielst, hast du auch genug Währung, um die demnächsten zu kaufen, also ich habe zum Beispiel noch keinen Cent für Battlefield 2042 ausgegeben und ich habe alle sechs Seasons gespielt, also ich bin da nicht pauschal gegen, aber ich finde halt, man sollte sehr kritisch darauf schauen, weil das hast du ja auch angesprochen, Humann, dieses marktregulierende, die Entwickler oder die Publisher vor allem überspannen halt den Bogen und dann gibt es halt einen Gegenwind, diesen Gegenwind sollte und muss es halt geben, damit es, weil ich war letztens in der Tram, ja, und Tram ist ja quasi, die Tramfahrt ist ja empirische Sozialforschung und da war, das war, da war ich eine arme Sau, weil das war nämlich genau vor Schulbeginn morgens und da war alles voll mit Kindern und da waren mehrere Kids, junge, Jungen in dem Fall, die sich halt quer über die Tram, weil man irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr zusammensteht, zugebrüllt haben, was sie alles gerade aus dem Pack gezogen haben. Die haben dann mit ihren Handys das hochgezeigt, ich weiß nicht, welches Spiel ist, war es da aus wie Fortnite, aber das, ich meine, jedes Spiel sieht aus wie Fortnite auf dem Handy, da haben sie sich zugebrüllt, dass sie jetzt schon eine zweite Epic hintereinander gezogen haben und einer hatte einen Legendary, der ist fast ausgerastet und so und das ist halt was, wo ich denke, da passiert ja etwas mit den Kids, da wird ja etwas gemacht mit den Kids und wir hatten auch unsere Sammelkarten, Packs und alles drumherum. Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja vom Mechanismus nicht neu und ich sage auch nicht, deswegen auch, zynischer Boomer, ich sage nicht, dass alles böse ist oder sonst irgendwas, aber es passiert ja etwas, diese Spiele machen ja etwas mit den Leuten und ich finde, man muss da einen kritischen Blick drauf haben, weil es kann auch einfach sehr schnell, weil das ist halt ganz viel so unsichtbares, wenn ich jetzt acht wäre oder zehn wäre und ich hätte ein Handy und würde es zu meiner Mama laufen und sagen, hey, kannst du mir halt für zwei Euro dieses Pack da kaufen, würde meine Mama wahrscheinlich sagen, weil sie eh keine Zeit hat, sich mit dem Quatsch zu beschäftigen, ja klar, hier zwei Euro kannst du mal machen und so hast du einfach, also so funktioniert es ja, du hast einen gigantischen, wie so einen Schatten-Income, das halt weder von den Eltern gemonitert wird noch haben die Kinder halt ein reales Verständnis schon entwickelt für halt Monetarisierung und Geld und Mechanismen und so weiter, noch sehen jetzt wir das als, sage ich mal, Leute, die halt eigentlich gar nicht zu dieser Zielgruppe gehören, weil wir hauptsächlich auf der Konsole unterwegs sind oder so und ja, es sollte aber jemand sehen, finde ich. Also ein Bekannter von mir hat zwei Söhne, also mittleren Alters, also noch Teenager, 45, 45, genau, mittlere Teenager-Alter, 45, ja so, keine Ahnung, 14, 15 oder so und der hat mir erzählt, dass die letztes Jahr zu jeder Gelegenheit immer halt so Fortnite-Vouchers haben wollte, ja genau, so zu, egal Geburtstag, was weiß ich was, haben sie sich immer diese Dinger gewünscht, ähm, das ist so, so da, bei denen der heiße Scheiß gewesen, ähm, ja und ich glaube, ein, ach, das ist was mit den, mit den jungen Leuten macht, würde ich sagen, das stimmt definitiv, insbesondere, weil ich glaube, anders als früher, ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, man muss mal vorsichtig dabei sein, Wir klingen wie alte Leute, Humanis. Ich bin auf jeden Fall kein Boomer. Nervöses Lachen. Da gab es ja zumindest eine, irgendeine Form von Zugangsübersicht, ne, also, heutzutage, wenn ich das noch im Handy habe und mir wird das die ganze Zeit angezeigt und wenn ich damit spiele, sehe ich das, ne, wenn ich damals Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt habe, dann habe ich die mir halt geholt, dann habe ich die im Laden gesehen und aber ich wurde nicht die ganze Zeit mit Werbung sozusagen damit, damit begleitet und ich glaube, dieser Teil des Medienkonsums bei jungen Leuten ist schon etwas, aber ich meine, das ist, glaube ich, auch im Diskurs an einigen Stellen adressiert, aber, ja. Aber du brauchst halt eine ungemeine Medienkompetenz als Erziehungsberechtigte oder Verantwortliche, um da halt mitzukommen, was da passiert und das ist schon, denke ich, eine große Herausforderung. Ich habe bei meiner Tochter folgende Strategie, die ist gerade vier, ich habe hier ein C64, ich fange mit dem C64 an, dann gehe ich mit dir zum NES, dann zum SNES und besser wird es eh nicht mehr, ja. Ich versuche, meine Reise nachzuzeichnen, damit sie, wenn sie irgendwann mal wirklich dann in der Schule so diese Handy-Dinger Zugang bekommt, damit sie weiß, okay, alles klar, ist eh scheiße. Diese alten Dinger waren besser. Hast du gerade wirklich den N64 ausgeklammert, Demi? Ich bin unfassbar wütend. Nee, das war auch gut, aber Super Nintendo war peak. Danach wurde es halt nie mehr. Also, entschuldige mal. Naja, gut, das ist eine andere Diskussion, die hebe ich mir auf. Da komme ich nochmal drauf zurück. Ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen, und um das vielleicht auch abzuschließen, dass man einfach unbedingt wissen muss, woher die Kritik kommt und dass die Kritik nicht automatisch passiert, nur weil etwas, vielleicht auch für das man schon mal Geld bezahlt hat, weiterhin monetarisiert wird, sondern es gibt eben die Faktoren, die wir genannt haben, plus natürlich den Faktor, dass, ja, ich will nicht sagen, nennen wir es mal hinters Licht führen, dass da Leute vielleicht bewusst hinters Licht geführt oder im Unklaren gelassen werden und vor allem Kinder und Jugendliche, wenn es eben darum geht, wie viel man wirklich dafür ausgibt. Und auf der anderen Seite gibt es Beispiele, bei denen niemand wirklich oder die wenigsten wirklich ein Problem damit haben, dass da eine Monetarisierung stattfindet und ich bin so froh, dass du Anno 1800 erwähnt hast, Tumann, weil es steht schon die ganze Zeit natürlich auf meiner Liste. Natürlich. Ich nehme doch jede Gelegenheit wahr. Ich kann leider nicht über Oblivion reden heute, das ergibt keinen Sinn. Doch, Pferderüstung. Siehst du, habe ich es auch noch erwähnt. Wie konnten die damals noch? Ja, wie konnten sie nur wirklich? Also, mein Gott. Anno 1800 ist natürlich für mich das ultimative Beispiel, das ich immer gern nenne, für auch das Singleplayer-Spiel, das es geschafft hat, dieses Service-Modell für sich komplett zu nutzen und da einfach das Aller, Allerbeste rauszuholen. Also nicht nur, dass es ein sehr faires und nachvollziehbares Modell ist, weil man die Möglichkeit hat, sich alle DLCs innerhalb der Seasons auch einzeln zu kaufen, wenn man sagt, ich habe da einfach nur Interesse an genau diesem einen DLC, ergibt es auf der anderen Seite Komplett-Sinn, das in Seasons zu verpacken, weil die DLCs inhaltlich und mechanisch eben aufeinander aufbauen und sehr oft sehr gut zusammenpassen und man sehr oft das Gefühl hat, ich möchte dieses Komplett-Paket auf jeden Fall haben, zahle also jetzt schon den Preis dafür, weil ich auch jetzt schon weiß, was kommt und einfach jetzt schon quasi diesen günstigeren Komplett-Preis einfach bezahlen möchte. Und das ergibt so wahnsinnig Sinn, passt herrlich zu der Spielmechanik, weil sie ja tatsächlich Seasons reinem Gameplay auch als Vergehen von Zeit verstanden haben, weil man eben, weil die Seasons ja auch für Modernisierung, jetzt fange ich an zu schwärmen, aber für Modernisierung im Spiel stehen und du das Gefühl hast, ich fange an mit einem gewissen Zeitalter, mit eben der ersten Season und entwickle mich immer weiter mit weiteren Seasons und habe wirklich das Gefühl, wenn ich die Seasons nacheinander spiele, dass in meinem Spielstand Zeit vergeht und ich meine Stadt immer weiterentwickle über das eben 19. Jahrhundert hinaus. Und das ergibt total Sinn, zwingt niemanden zu irgendwas, weil das Grundspiel auch immer noch wahnsinnig viel Inhalt bietet und hat einfach sehr, sehr gut funktioniert und völlig zu Recht. Naja, es ist halt dann einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist halt dieses vertrauensbildende Kommunizieren zwischen Publishern, Entwicklern und Konsumenten ist halt einfach sehr essentiell. Wenn man ganz böse ist, könnte man aber auch auf der anderen Seite argumentieren, dass die Spieleentwickler oder die Publisher ganz genau wissen, wer ihre Zielgruppen sind und bei der Zielgruppe anno 1800, dann weiß man, Augenhöhe, man will die nicht verbrennen und so weiter und bei den, vielleicht bei den Call of Duties weiß man, man hat diese Gruppe von Leuten, die hat man eh schon im Login und jetzt kann man die komplett durchmonetarisieren, ist auch alles egal, auch die Taube kann dann kommen und da, wo vielleicht eher jüngere Leute sind, dann nochmal andere Mechanismen. So ein bisschen bekommt man schon das Gefühl, weil man ja, das ist ja bei Ubisoft selbst wahrscheinlich komplett, je Produkt kann man sich wahrscheinlich rausschneiden, was die jeweilige Monetarisierungsstrategie je Zielgruppe ist. Ja, das ist ein sehr interessanter Blickwinkel, ja. Ja, da sitzt dann der Produktmanager und hat dann seine Kennzahlen im Blick. Ich bin ja immer in der Operationalisierung, ich stelle mir mal vor, wie kriegt man in der Organisation ja sowas zum Laufen und irgendwie muss ja, also weil du hast ja dann schon bei Ubisoft unterschiedliche Dinge, ne? Also es scheint ja dort auch irgendwie zu funktionieren. Das Thema Kritik, was du gerade genannt hast, ist sowieso auch spannend, weil da frage ich mich halt auch, man kann es halt sehr schwer messen, weil man keinen AB-Test hat in dem Fall, aber wie groß ist der Einfluss dann am Ende tatsächlich von zum Beispiel der Kritik jetzt an Dragon's Dogma, weil ja, wir sehen, dass es Review-Dumping gibt auf Steam oder ich weiß nicht mal, ob es wirklich unter Review-Dumping fällt in dem Fall, das ist ja ein bisschen vielleicht noch engerer Begriff, aber dass da einfach die Reviews in den Keller gehen und trotzdem sieht man eben auch, dass das jetzt der erfolgreichste Steam-Release für Singleplayer-Spiele von Capcom war, wenn man Monster Hunter quasi ausklammert aus dem klassischen Singleplayer-Begriff und man denkt sich so, okay, scheinbar hatte dieser Aufschrei jetzt auf die reinen Verkaufszahlen doch gar keinen so großen Einfluss und das haben wir schon öfter gesehen in der Vergangenheit, dass es Aufschreie gab zum Beispiel aus verschiedensten Gründen und dann hatte man das Gefühl, die Verkaufszahlen waren trotzdem sehr gut und haben davon dann am Ende gar nicht so viel mitgekriegt, siehe zum Beispiel Hogwarts Legacy und so viele Beispiele in den letzten Jahren. Ja, ich glaube, man muss Hogwarts Legacy unterscheiden von Dragon's Dogma, also nehme ich mal an, weil auf dem PC, weil, ich weiß nicht, hat der Hogwarts Legacy auch schlechte Bewertung, also war es auch bei Steam negativ bewertet, soweit ich weiß, war es ja, glaube ich, normal oder gut bewertet, weil ich glaube, die Bewertung an sich hat schon eine Auswirkung auf die Verkaufszahlen, wohingegen ich unterscheiden würde zwischen dem Diskurs, also ich glaube, es gibt in gewissen Gruppierungen, so Leute, die sich sehr viel mit dem Medium beschäftigen, die auch gerne sich Inhalte dazu rezipieren und so weiter und dort, glaube ich, fühlt sich das sehr überwältigend an und auf der anderen Seite, also meine Frau wäre zum Beispiel das beste Beispiel, sie ist in gar keiner Gaming-Bubble drin, aber sie hat sich so gesagt, okay, ich hole mir jetzt Harry Potter und will das spielen und hat von, also sie wüssten noch nicht mal, was da was gab und ich glaube, ein Großteil der Leute kann genau sein, wie meine Frau, holt sich das Spiel, bekommen von der Rezeption, dem Diskurs und so gar nichts mit, deswegen bei Steam ist es, glaube ich, besonders, wenn ich mir das Spiel kaufe, gucke ich schon, ob das jetzt vernünftig bewertet ist oder nicht und da wäre die Frage, bei den Verkaufszahlen, also am Ende zählt natürlich die Verkaufszahlen, was hat das Produkt uns gebracht und dann macht man vielleicht eine Retrospektive drauf, schaut, was war gut, was war schlecht, vielleicht weiß man, dass die sich auch über Zeit wieder bessern, die Bewertungen, vielleicht kann man auch ein paar Dinger löschen bei Steam lassen, also Steam löschen lassen, die Review gebombt wurden, aber am Ende ist das schon eine ausschlaggebende Kategorie und ich glaube, wenn man ganz viel Geld in ein Spiel investiert hat und durch die schlechten Bewertungen und so weiter sind die Verkaufszahlen auch schlecht, dann wird es auch zu Konsequenzen führen, aber am Ende zählt halt ja, die Umsatz-KPI. Ja, aber ich finde, das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, ob Steam-Reviews sich wirklich auswirken, weil zumindest bei Call of Duty, Call of Duty ist glaube ich, seit es, das gab es ja eine Zeit lang nur bei Battle.net und seit es zurück ist auf Steam, ist das fast wie so ein Adelsbutton, diese feuerroten, größtenteils negativ, also ich glaube, ich glaube, Call of Duty kommt noch nicht mal in den gelben Bereich, die Leute hassen es so mit einer solchen Innenbrunst, dann kommt noch hinzu, dass halt die Launches von, bei MV3 jetzt, 2023 haben sie alle die Kampagne gehasst, auch zu Recht, die war furchtbar und bei MV2 2022 kam das Spiel halt kaputt raus, die Reviews waren eine Katastrophe und verkauft, MV2 war glaube ich das erfolgreichste Call of Duty seit, hast du nicht gesehen, klar, kommt natürlich auch hinzu, dass ein Großteil der Call of Duty Community ist halt auf Konsolen unterwegs, wo halt diese Art von Reviews dann auch nicht sichtbar sind, aber auch auf dem PC. Ja, dann? Also ich verstehe auch nicht warum, weil ich bin auch jemand, ich schaue mir die Reviews immer an und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei so Singleplayer-Spielen schon, also auch da wieder, die Zielgruppe, aber dass es dann schon einen großen Unterschied macht, aber ich weiß auch nicht, wie genau die Wirkmechanismen und auch die Strahlkraft ist von solchen User-Reviews. Ich kann es nur von mir bewerten und ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gekauft, was ausgeglichen war oder schlechter. Ich glaube, das ist für mich dann schon immer so ein Indikator, wo man geht schon runter, scrollt und guckt noch mal, was finden die Leute eigentlich schlecht. Also man guckt, man wirft noch mal einen scharfen Blick rein. Ja, auf jeden Fall. Also da hängt es, glaube ich, ganz stark davon ab, ob einfach ein Spiel generell nicht besonders gut oder mittelmäßig bewertet ist oder ob man vielleicht schon mitbekommen hat oder dann auch nachschauen kann, dass es an irgendeinem bestimmten Faktor liegt, wie zum Beispiel irgendwie aggressiver Monetarisierung. Und da wünscht man sich natürlich auf den ersten Blick vielleicht als Mitglied der Community, dass man mehr Einfluss nehmen könnte darauf, dass man irgendwie mehr seine Meinung, wenn es in einem respektvollen Rahmen passiert, kundtun kann und dann darauf gehört wird. Aber vielleicht fühlt man sich da, gibt es da auch Leute, die sich jetzt einfach so ein bisschen machtlos auch fühlen, wenn sie feststellen, dass sie scheinbar gar nichts verändern, wenn sie einfach laut aussprechen und vielleicht dann auch sich das auf die Verkaufszahlen nun auswirkt oder nicht. Aber sie stellen fest, nee, es wird trotzdem so weitergemacht. Und ich schrei das irgendwie nur so in den leeren Wald rein. Ja, also ich glaube, es ist richtig Dinge, die nicht gut sind und man hat das Bedürfnis, das in einer respektvollen Art und Weise, oder auch in einen Diskurs einzusteigen, das auch zu tun. Ich glaube, wir dürfen aber auch dann immer nicht vergessen, dass wir auch immer Entscheidungsmöglichkeiten haben. Zum Beispiel ein Spiel nicht zu kaufen oder also der Markt und die Produktvielfalt und die Mediumsvielfalt ist ja so groß, dass man immer sagen kann, es gibt immer Spiele, die eben nicht so sind und eher den Blick auch mal dahin zu werfen, weil ich würde schon sagen, dass zumindest die Spiele, die ich jetzt konsumiere, sind alle, glaube ich, relativ frei von Mikrotransaktionen und am Ende hat man auch als Konsument eine ganz kleine Möglichkeit, aber immerhin eine Möglichkeit, andere Entwicklerinnen und Entwickler zu unterstützen. Ja, ich glaube, die ganz, ganz großen Kränkungen kommen auch nur bei den Spielen, wo du das Gefühl hast, die sind halt nicht alternativlos, weil es beispielsweise ein Franchise ist, das ich liebe. Ja, das war ja jetzt irgendwie bei einem Suicide Squad, wo es ja nicht die Monetarisierung war, sondern einfach, dass es ein schlechtes Spiel war. Das war halt Rocksteady. Das waren halt die Arkham-Macher, wo man jetzt einfach fürchten muss, dass die halt dicht gemacht werden in der aktuellen Entlassungswelle, weil sie halt irgendwelche, und da muss man einfach sagen, vom Publisher oktroyierten Service-Vorgaben umgesetzt haben. Was wäre das für eine Tragödie? Ja, oder du hast halt ein Assassin's Creed, wo die Leute sagen, hey, aber ich hatte mich so gefreut auf ein neues Assassin's Creed, und es gibt halt für mich keine Alternative, weil ich so ein Serienfan bin. Warum muss ich denn jetzt hier Battle Passes kaufen? Ich kann das nicht sagen, weil das Lachen von jedem Spielwaren-Charakter. Und das tut halt weh, und da gibt es dann einen großen Aufschrei. Aber du hast natürlich völlig recht, dass es am Ende für sehr viele Spiele dann Alternativen gibt. Aber ich glaube, wenn jetzt ein Helldivers 2 vor dem Hype rausgekommen wäre, als so eine durchmonetarisierte Abzockbutze, dann hätten die Leute gesagt, das Spiel ist kacke, und dann hätte es keiner gekauft. Also da hätte es, glaube ich, schon einen Effekt gehabt, dass die Leute das dann auch nicht kaufen. Ja, das stimmt. Aber gerade bei großen Marken hat man natürlich das Gefühl, vielleicht entwickeln sich einfach gewisse Sachen immer weiter in diese Richtung, und es scheint irgendwie nicht aufzuhalten zu sein. und gerade wenn sie dann augenscheinlich Erfolg damit haben, auf rein finanzieller Basis, ist auch die Frage, wo man, ich meine, das ist wahrscheinlich total schwer zu verallgemeinern, wir machen es jetzt trotzdem, aber was ist denn grundsätzlich die smartere oder die empfehlenswertere Unternehmensstrategie, dass man jetzt entweder sagt, ich verprelle vielleicht meine Kerncommunity, die ich ursprünglich mal hatte, und die mich supporten, und verbreite dafür immer mehr irgendwie meine Marke und verbreite vielleicht meine Monetarisierung, oder ist es smarter zu sagen, ich konzentriere mich wirklich auf das, was die Leute wollen, habe da vielleicht dann auch nur einmal irgendwie meine Einnahmen durch den Verkauf, aber dadurch ist meine Community auch sehr stark. Also ich glaube, eine Sache, die wir immer akzeptieren müssen, dass Unternehmen mit Größe immer problematisch werden, und zwar auf vielen Facetten. Ein Beispiel wäre ja dieses, in dem Moment, wo ein Spiel wirklich groß wird, wenn man sagt, es ist eine große Franchise, dann ist ja die Chance, allein die Möglichkeiten, auch über Kleinigkeiten zu monetarisieren, haben große Auswirkungen. Das heißt, da macht es ja erst Sinn, sich auch darüber Gedanken zu machen. Also die kleinen Indies, die können sich vielleicht Gedanken machen mit, ey, wir machen auch Market Transaction, das bringt aber nichts, weil die Masse der Spieler gar nicht da sind, dass es sich wirklich hinten raus vielleicht lohnt. Da versucht man vielleicht noch so eine CD mit zu verkaufen oder so. Das bedeutet, mit der Größe kommen ja überhaupt die Geschäftsmodelle wirklich zu tragen, dass man sagt, ey, das lohnt sich, weil die Masse ist da. Und wenn die Masse da ist, ist natürlich die Kerncommunity nicht mehr sozusagen das relevante Ding. Man ist sich schon, glaube ich, bewusst, dass die Kerncommunity sehr viel trägt, also auch sehr viel dafür sorgt, dass Dinge gehört werden oder nicht. Aber ich glaube, das ist erst mal ein Mechanismus und der ist da und jetzt ist die Frage natürlich, wie können damit Unternehmen umgehen? Wie können sie vielleicht auch sinnvoll damit umgehen? Und ich glaube, eine gewisse Form der Andersmonetarisierung oder der weiteren Monetarisierung werden alle Unternehmen sich darüber nachzudenken. Macht es Sinn, zu sagen, ey, dann scheiß drauf, lass All-In gehen und lass uns schauen, wie wir denn jeden Cent rausbekommen? Würde ich sagen, der Blick sollte da nicht nur, und das ist jetzt sozusagen meine Perspektive, ich arbeite ja mit sehr vielen Unternehmen aus allen anderen Industrien, außer der Gaming-Industrie, dort ist ja auch immer der Blick nach innen. Also die Menschen, die man gewinnen will für die Arbeit und so weiter, die motivieren will, dass sie einen coolen Sachen haben, weil am Ende sind das ja auch Leute, die dann dafür sorgen, dass die Spiele gut werden. Und ich glaube, man muss da einen scharfen Blick haben, wenn man zu kurzfristig denkt, ja klar, jetzt hat man seine Mannschaft da und dann macht man seine zwei, drei Projekte, aber ich sag mal, die Lebenszyklen von Spielestudios sind jetzt auch nicht ellenlang. Klar, die Publisher haben das Geld, aber die Spielestudios ja nicht. Und auch die müssen ja überlegen, irgendwo ist ja auch der Wettbewerb vom Teil, gute Leute zu bekommen, die gute Spiele machen. Und da ist, glaube ich, schon der scharfe Blick auf das Produkt etwas, was nicht außer Acht gelassen werden sollte. So, jetzt haben wir natürlich sehr viele verschiedene Sachen beleuchtet. Wir haben so ein bisschen beleuchtet, woher die Problematik und auch die harsche Reaktion von Dragons Dogma kam und was wahrscheinlich die Strategie dahinter war und auch so ein bisschen, wie es gerade bei anderen Spielen und Franchises und Publishern aussieht. Aber jetzt ist halt doch die Frage, wohin bewegen wir uns? Was ist eure Prognose? Soll ich den Ball mal hochwerfen, Nemi? Dann kannst du ihn wieder einfangen. Weil ich glaube, da ist wahrscheinlich dein Blick noch schärfer als meiner. Also, ich gucke so ein bisschen auf die letzten Jahre und wäre eher dabei zu sagen, naja, ich hätte gesagt, dass AAA-Gaming sich in eine Richtung bewegt, die eigentlich sich was differenzierter ist und was nicht nur auf eine reine Monetarisierung ausgeht. Und dass wir da auch sehen, dass es Spiele in unterschiedlichster Formen gibt. Und meine Hoffnung ist es, dass genau diese Diversifikation weiter stattfinden wird. Dass man auch merkt, es lohnt sich, auf AAA-Niveau Spiele zu machen, die vielleicht jetzt noch nicht übertriebene Budgets haben, sondern man merkt, okay, es gibt so ein Budget-Sealing, weil der Grenznutzen irgendwann auch aufhört. Und man sieht, dass solche Spiele auch super erfolgreich werden. Nichtsdestotrotz müssen wir immer auf dem Schirm haben, wenn sich eine Tür öffnet, wo man mal was experimentieren kann mit Monetarisierungs-Innovationen. Das wird auf jeden Fall passieren. Und wenn man merkt, das funktioniert irgendwie, dann werden sie so lange ausreizen, bis dann irgendwann irgendwas dagegen drückt. Und das ist halt, wie Unternehmen am Ende auch funktionieren. Ja, da würde ich aber auch zustimmen. Ich glaube, dass halt in vielerlei Hinsicht ja auch die Monetarisierung von Spielen durchprofessionalisiert hat und der Markt ein Stück weit daran auch gesünder geworden ist. Also wir haben eine sehr, sehr breite, wir haben eine sehr breite Palette an tollen Singleplayer-Triple-A-Spielen, wie halt ein Spider-Man. Wir haben so ein bisschen, also es ist seltener geworden, dass große Studios sagen, wir haben hier ein Singleplayer-Spiel, dass wir auf Teufel komm raus zu einem Service-Game machen müssen, das sich monetarisieren muss und so weiter und so fort. Und ich hoffe auch, dass jetzt nach dieser Phase des, sage ich mal, dieses Studios werden gekillt und Leute werden entlassen und so weiter, dass sich der Markt wieder stabilisiert. also dass dieser Zyklus dann einfach wieder so ein bisschen auf ein höheres Gesamtniveau wächst, bevor dann vielleicht KI-Entwicklung das nächste große Ding wird innerhalb der Studios. Also es wird ja jetzt schon benutzt, aber dass es halt wirklich nochmal einen Schritt weiter geht. Und ich glaube auch, dass deswegen so eine Diversifizierung kommen wird, je nachdem, dass du im Prinzip auch den Profit in ein einzelnes Spiel machen soll, auch so ein bisschen anpasst an der Einheit, die dafür verantwortlich ist. Es müssen ja nicht 1400 Leute an jedem Spiel sitzen. Das Einzige, wo ich halt so ein bisschen pessimistisch bin, ist halt diese ganze Ära von, ich nenne es jetzt mal Plump Psychotricks, weil auch da merkst du einfach, dass Publisher gelernt haben und da ist es nicht unbedingt gut. Also die Lootboxen waren halt lachhaft schlecht von der Vermarktung, aber ja auch schon in bestimmten Punkten wirksam, sind sie auch immer noch im Mobile-Markt. Aber das, was jetzt passiert bei einem Call of Duty, vor allem halt bei einem Call of Duty, bei einem Stück weit dann auch wahrscheinlich bei den Assassin's Creed der Zukunft oder so, ich finde es halt bedenklich, wenn Spiele mich versuchen, die ganze Zeit zu manipulieren. Ich bin ja nicht naiv, natürlich beeinflussen Spiele mich permanent, aber wenn die Manipulation, diese, was du gesagt hast, dass ich diese Grenze verschiebe von dem, was wir noch okay finden, immer und immer weiter, bis wir irgendwann gar nicht mehr wissen, wo wir eigentlich herkommen, was die ursprüngliche Grenze war, das macht mir so ein bisschen Sorge. Auch im Hinblick auf so die Generation, die nach uns kommt, weil ich glaube, der Aufwand, den du betreiben musst an Medienaufklärung, um die Leute permanent darauf vorzubereiten, sehr, sehr rational mit solchen Sachen umzugehen, wird halt immer größer. Und das ist was, wo, ich meine, das sieht man ja überall, also ich suche gerade eine Wohnung in München, das ist also wirklich ein Duden, wenn du halt, also man kann nicht mehr am Arsch sein, wenn man eine Wohnung in München suchen muss und merke da halt, wie sehr auch das halt durchmonetarisiert ist, also dieses, diese Emotionen von Menschen, die Bedürfnisse von Menschen, dass du halt natürlich bei ImmoScout dann ImmoScout Plus haben kannst oder wenn du halt auf der Suche nach Partner, Partnerin bist, dass du auf Tinder, halt Tinder Gold kaufen kannst und so. Also du merkst halt, gerade Tech-Unternehmen, aber auch Anbieter von Plattformen und so weiter, verstehen so genau, an welchen Zwischenschaltungen sie dich noch weiter monetarisieren können und deine Bedürfnisse noch weiter monetarisieren können. Jetzt ist Call of Duty kein Existenzding, wie Wohnen, aber trotzdem, das ist was, was mich so ein bisschen in einem größeren Kontext einfach sorgt. Da du es gerade sagst, mir ist es gerade eingefallen, meine Frau nutzt in einer Weile so eine Sprach-App und das ist komplett so die ganzen behavioristischen Suchtlogiken, Microtransaction-Logiken, monatliche Abonnementsdinger und so weiter, das ist wie ein Computerspiel geworden und damit lernt du jetzt Sprache und so weiter. Duolingo, ne? Das benutze ich. Ich höre immer so ein Geräusch im Mittagern, was plippt, wo sie wahrscheinlich, das ist richtig krass, das stimmt schon. Das Gamification zieht sich überall durch und damit zieht sich jetzt die neue Logik der Monetarisierung auch schon überall wieder durch. Ja. Und dabei kann es eigentlich faire und sinnvolle und nachvollziehbare Mechaniken geben für Monetarisierung, ne? Zum Beispiel, die Sachen, die wir jetzt eigentlich erarbeitet haben. Anno. Zum Beispiel, Anno, danke. Naja, klar, Anno, ne? Mit dem, mit der Begründung einfach, wenn man halt weiß, woher es kommt und wenn man weiß, was da die Strategie dahinter ist und wenn man auch einfach nicht getäuscht wird oder hinters Licht geführt wird, sondern ganz klar weiß, wofür man bezahlt und was man bekommt, wenn diese Sachen einfach alle stimmen, also wenn man das Gefühl hat, es hat einen guten Grund, dass es diese Monetarisierung gibt, zum Beispiel, weil das Spiel stetig weiterentwickelt wird oder wenn man einfach genau weiß, wofür man bezahlt oder wenn man das Gefühl hat, ich bekomme hier auch wirklich was von Wert, was ich nicht bekommen könnte, wenn es nicht nochmal Geld kosten würde, ganz plump gesagt, zum Beispiel irgendwie klassische weitere Story-Kapitel oder sowas, können in der Regel nicht gratis sein und ergeben Sinn, dass sie nochmal was kosten, weil man sie ansonsten gar nicht hätte entwickeln können und wenn solche Sachen stattfinden, dann bewegt sich Monetarisierung ja auch gar nicht auf irgendwie einem schwierigen Weg, aber alles andere ist schon auf jeden Fall besorgniserregend, dass es da im Moment einfach keine richtige Regulierung gibt. Ich meine, wir haben gesehen, dass bei Lootboxen zumindest irgendwann eingegriffen wurde und vielleicht wird das jetzt auch in irgendeiner Form mal passieren, was zum Beispiel diese absurden Mond-Fantasy-Preise angeht für irgendwelche Skins oder digitalen Inhalte, aber sicher können wir da nicht sein, oder? Wahrscheinlich nicht. Zum Glück haben wir ja diese ganzen Crypto-Games und die Blockchain-Dinger überlebt, das ist schon mal eine Sache. Das wäre es doch gewesen, wenn die gekommen wären. Ach Gott, ja. Oh ja. Das war, boah, ja. Ich glaube, die hat Ubisoft damals noch in Ghost Recon Breakpoint reingebracht. Dann besitzt man sie Waffen. Ja, genau. Dann gehört sie dir und kann sie woanders was anderes mitmachen. Ach Gott, ja. Wie dann auch alle ganz panisch versucht haben, das auch noch bei sich reinzubringen, auch wenn es wirklich zu dem Spiel nicht mal annähernd gepasst hat und sie einfach gesagt haben, ah du, nee, doch, auf jeden Fall, du kannst dich in diesen Charakter kaufen oder selbst dein Charakter im Spiel sein und dir das kaufen und dann gehört dir das. Hat nicht Peter Molyneux und Will Wright irgendwie so Fläche verkauft in so einer virtuellen Welt? Das klingt nach, was Peter Molyneux machen würde, ja. Das haben wir überlebt. Das ist gut. Man muckelt, das war dieser Podcast von mir und mich, aber wir Crypto Gaming beendet haben und daher hoffen wir, dass dieser Podcast es zum Gleichen führt. Oh, dann danke an der Stelle auf jeden Fall von mir und insbesondere an mich. Danke im Namen der ganzen Community, dass ihr Crypto Gaming beendet habt. Ja, es ist irgendwie ein Thema, wo man gern ein bisschen mehr zu einem Fazit kommen würde, aber es ist einfach sehr, sehr schwer, weil es ein sehr offenes Thema ist und bleiben wird. Ja, es sollte halt einfach ein Impuls sein, die eigenen Sinne zu schärfen und drauf zu schauen, was Spiele mit uns machen und was sie versuchen, was wir gut finden und wo wir auch einfach sagen, hier ziehe ich für mich eine Linie, die ich auch nicht weiter verschieben möchte. Absolut. Und, Dimi, du hast mich auf die Idee gebracht, vielleicht solltest du eine Art Gaming-Grundausbildung geben mit dem SNES, dann sind die alle schon mal vorbereitet. Ja, so einen Führerschein musst du halt Super Nintendo Mario World durchschaffen und dann darfst du erst mit N64 und den anderen unterlegenen Konsolen weiter. Wow. Da hast du ein Fundament und dann weißt du, was passiert. Ja. Es lief so gut bis eben. Bang. Ich hoffe, ich kann euch da draußen trotzdem mit einem positiven Gefühl rausschicken. ansonsten denkt einfach daran, dass reale physische Tauben auch gar nicht so viel Geld kosten. Und das ist ja auch was Schönes. Ja. Cool. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus diesem Podcast. Wir interessieren uns natürlich sehr, sehr, sehr für eure Meinung, respektvoll formuliert in den Kommentaren und würden uns sehr über ein Abo oder ein Like freuen. Und wenn ihr noch mehr von Human hören wollt, dann könnt ihr das in seinem Podcast Corporate Therapy, der schwierig auszusprechen ist, Corporate Therapy. Das habe ich natürlich beim ersten Versuch geschafft. Und mehr von Human und Demi seht ihr natürlich regelmäßig hier auch bei GameStar Talk beziehungsweise im Podcast, weil glücklicherweise sind die beiden sehr oft hier. Und ich würde sagen, danke euch beiden. Sehr gerne. Dankeschön. Wir hören uns sehr bald wieder. Macht's gut. Ciao. Adios. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.